Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 376. Mein Name ist René Außerdem mit dabei, die Frau Alex. Hallo. Der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und der Herr Marvin. Hi, hi. Hi, hi. So, wir wollen noch ein letztes Mal in 2019 hier in die Mikrofone sprechen und mal so ein bisschen Rückschau auf die Hinrunde betreiben. Und ich glaube, wir müssen nochmal anfangen über diesen Transferwinter und Hoffnungen für 2020 zu reden. Aber lasst uns doch erst nochmal auf die Hinrunde der Saison 19-20 zurückschauen. Und es waren insgesamt 31 Pflichtspiele, die der Frankfurter Eintracht bestritten hat in dieser Hinrunde, was schon extrem viel ist durch die frühe Quali-Zeit und durch das dann doch Durchhalten in zwei Pokalwettbewerben. Insgesamt hat die Mannschaft 56 Pflichtspiele im Jahr 2019 in den Knochen. Das ist schon nicht so sehr wenig, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. So wenig Vorbereitungszeit, ob mir das langt. Also du hast jetzt über das fucking Jahr gesprochen 2019, da beziehst du dich wohl nur auf die Hinrunde, schätze ich mal. Eigentlich. Also ich meine, bei allem Respekt guckt ihr das Jahr 2019 von der Eintracht an, im Halbfinale des Wafer Cups gewesen. Ja, wirklich auch einige Highlights gehabt, auch nicht nur im rein sportlichen Sinne, sondern die ganzen Auswärtsfahrten, sei es Portugal oder sei es bei Chelsea, bei Arsenal oder so. Also das sind alles Highlights gewesen, ich glaube, das kannst du keinem Fan mehr nehmen, das sind einmalige Dinge. Und wenn wir jetzt im Jahr 2019 jetzt so schlecht reden, so du bist froh, dass es vorbei ist, da frage ich mich, was du gesehen hast. Nee, die letzten Spiele haben halt schon alles an Stimmung bei mir komplett runtergezogen. Also meine Fan-Stimmung ist gerade komplett im Arsch. Ich glaube, das, wo Marvin so ein bisschen hin will, kann ich durchaus verstehen, wir müssen das halt so ein bisschen voneinander trennen. Ja, diese letzten fünf, sechs, sieben Spiele schlagen schon gewaltig auf die Stimmung, aber wenn man das Jahr in Gänze sieht, war das halt schon einfach ein sehr, sehr geiles Jahr. Das hat die Eintracht auch unglaublich weitergebracht, liebe Leute, wir waren im Halbfinale, das darf man nicht einfach so vernachlässigen. Ja, in der Liga lief es wirklich seit April, glaube ich, März, April in der Liga lief es eigentlich nicht mehr rund. Ja, wir müssen auch darüber reden, dass in der Liga vieles abgeschenkt wurde, der letzte Vibe nicht so da war, wie er hätte sein müssen. Wir haben uns mit Glück dann wieder durch Europa gerettet, dafür brauchten wir die Hilfe der Mainzer. Aber trotzdem muss man auch sagen, wenn wir uns den Verein als Gesamtes angucken, dass das ein riesen Aufwind war, auch dann erneut Europa zu betreiben. Natürlich hast du unglaublich viele Spiele gehabt, jetzt 31 an der Zahl, guck dir die ganzen Quali-Spiele an in der Euroleague, aber auch das war ja für viele Fans, die mitgereist sind, ein einmaliges Erlebnis, weil wir halt das nicht nochmal dupliziert haben. Also das muss man für mich schon einfach trennen, dass rein sportlich das Jahr unbefriedigend zu Ende gegangen ist, ganz klar. Aber wenn du das Jahr 2019 siehst, dann würde ich nicht sagen, dass es ein erfolgloses Jahr für die Frankfurt-Eintracht war. Also so würde ich es auch nicht unterschreiben. Klar hast du recht, da waren extrem viele Highlights dabei, aber wir haben eigentlich auch die letzte Rückrunde nicht gut abgeschlossen. Weil der Grund, dass wir in die Quali rein mussten, war ja, weil wir es auch da am Ende einfach verkackt haben. Also die Chancen waren ja da, das gar nicht zu müssen. Habe ich ja gerade gesagt, ja. Und das haben wir uns ja im Prinzip selbst auch angetan. Also die Quali, klar, also natürlich war das als Fan auch wieder gute Erlebnisse. Also keine Ahnung, allein das Spiel gegen Flora Tallin war halt auch wieder was komplett Neues, dass halt Gegner zu uns in die Kurve kommen zum Applaudieren und so. Da sind einfach Erlebnisse dabei, die hast du sonst nicht. Aber trotzdem gehe ich aus dem Jahr, trotz vieler Höhepunkte, unbefriedigend raus. Ja, eine Sache zu euren ganzen Kommentaren, finde ich auf jeden Fall, ich stimme Marvin zu. Ich weiß auch genau, was die Alex meint, weil für uns alle ist das, glaube ich, so ein richtiges, runtergezogene, gerade die englische Woche am Ende, das war halt nochmal so ein richtiger Schlag in die Magengegend. Was mir eher da ein bisschen, was mich nervt ist, dass du eigentlich einen Riesenkader hast mit 31 Leuten und trotzdem wir wieder an der Situation angekommen sind, dass du, wenn du in drei Wettbewerben mitspielen willst, ist dieser Kader bei weitem nicht breit genug. Die, zu den Verpflichtungen kommen ja dann sicherlich nochmal, die haben natürlich nicht eingeschlagen. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich dann diese Spiele betrachtest und dann tatsächlich 56 oder 31 Pflichtspiele spielen musst und eigentlich immer mit einer Standardmannschaft aufläufst, elf Leute, am liebsten dann plus, minus ein, zwei Leute, die du tauschen kannst, dann ist das super schwierig und das ist, finde ich, ein bisschen enttäuschend, weil ich glaube, wir haben 31 Leute offiziell im Kader, natürlich ein paar Jugend- und Nachwuchsspieler, die hochgezogen wurden. Trotzdem, das darf eigentlich nicht passieren, dass wenn du den Anspruch hast und da müssen wir ja sagen, haben wir ja schon immer drüber gesprochen, du hast viel Geld verdient im Sommer, hast schlecht eigentlich dann wieder reinvestiert oder teilweise auch nicht an der richtigen Stelle, teilweise haben sie nicht eingeschlagen, aber das ist trotzdem ein Problem, wenn du natürlich dann mit einer sehr geballten Mannschaft so viele Pflichtspiele spielen musst, dass die dann irgendwann ein bisschen, ja, körperlich auch ihre Wehwehchen haben und vielleicht auch mal ein bisschen verletzungsanfälliger sind. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass da die einzelnen Spieler eigentlich schon eine gute Leistung gebracht haben, im Großen und Ganzen aber, wenn du wenig tauschen kannst, wenig im System, da kommen wir ja auch sicherlich noch dazu, wie problematisch doch diese Systemumstellung oder die Systemeingrenzung ist, denke ich, haben wir hier ein Problem, was definitiv viel, viel tiefer geht und vielleicht auch schon am Anfang 2019 angefangen hat. Also bin da ein bisschen traurig, dass leider Gottes wir das ganze Potenzial, was wir haben und Marvin, du hast völlig recht, wir haben einen riesen Schritt gemacht, gerade mit dem Halbfinal, aber ich finde, wir haben diese Möglichkeiten, diese Tür, die riesig weit offen war, haben wir bei Weitem nicht genutzt, haben wir bei Weitem nicht, sind wir nicht durchgegangen, sondern eher, wir verharren davor, wir haben jetzt nicht alles verloren, aber es ist trotzdem, es nervt mich, wir haben eigentlich verpasst diesen Sprung, diesen großen Sprung, den du dir in der ersten, in der Rückrunde 2019 eigentlich dann erspielt hast, den in der Hinrunde jetzt, ja, wieder zu nutzen, das ist ein bisschen ärgerlich, das ist super ärgerlich. Da stehe ich mir zu, dass du noch größeren Schritten hast gehen können, weil wir wirklich, wenn du überlegst, wenn du dir die Rückrunde der vergangenen Saison anschaust, da hättest du mit ein paar Punkten mehr auf jeden Fall die Champions League erreichen können, das haben wir wieder nicht geschafft, das ist jetzt zum zweiten Mal ineinander, aber man muss halt sagen, dass es wahrscheinlich für die Mannschaft, ohne die jetzt zu sehr in Schutz nehmen zu wollen, halt für dieses Doppelte einfach nicht gereicht hat, aber das ist ja genau der Punkt, du hättest hier natürlich hinterfragen können, warum das nicht der Fall war und ansetzen können genau an den Gründen, denn ich glaube, Ähnliches erleben wir ja jetzt aktuell halt auch, dass die Mannschaft immer wieder bereit ist, sich in gewissen Art und Weisen sich zu motivieren, das hat man dann in der Rückrunde der letzten Saison ja gemerkt, dass in der EuroLeague das echt gut funktioniert hat, ich meine, guck mal an, wie knapp wir gegen Chelsea gescheitert sind, und wir haben ein herausragend geiles Spiel gemacht und da war es nur der Elfmeter, ja, da hast du Pech, dann ist es halt einfach so, aber da konnte sich die Mannschaft ja motivieren, aber in der Liga haben wir ja gesehen, dass das überhaupt nicht funktioniert hat mit teils derben Klatschen, so und das heißt, das ist für mich dann vielleicht irgendwo auch verständlich, da sind Psychologen, Sportpsychologen eher näher dran, aber auch verständlich, dass du dich dann halt nicht mehr so motivieren kannst, aber daran muss man halt ansetzen, weil sonst verschleppst du das halt mit in die neue Saison und auch diesmal war es ja teilweise so, dass wir uns in Drucksituationen, ich erinnere an ein Rückspiel Straßburg, da konnten wir uns motivieren, dann hat das gepasst und dann hat es aber wieder nicht gepasst, dann hat es nicht gepasst, dummerweise, als wir dann festgestellt haben, dass wir gerade mitten in der Liga sind und unnötig Punkte verschenkt haben und das ist halt echt bitter und das kann ich auch nicht nur auf die 31 Spiele zurückführen, sondern das liegt ein Stück weit tiefer einfach. Was der Dennis eben zu den Spielern gesagt hat, ich finde, wir haben eigentlich eine gute Breite, also ich sehe das gar nicht so kritisch, dass wir immer mit denselben elf Leuten spielen, also wenn man sich zum Beispiel mal die Innenverteidigung anguckt, klar, du hast mit Hinteregger einen, der auch gerade durch seine Torgefahr jetzt heraussticht, aber du hast mit Touré, mit Abraham, Indika, hast du eigentlich gleichwertige Spieler hintendran, im Mittelfeld hast du es ähnlich, da hast du mit Rode einen, der heraussticht, aber ein Kor, ein Sow, ein Kamada, die kannst du alle jederzeit bringen. Mit Fernandes habe ich jetzt so meinen... Das sehe ich ein bisschen nicht so, das ist genau mein Problem. Ich finde genau da, da haben wir ein Problem, auch weil, du siehst ja, Abraham fällt aus, wird sieben Spiele gesperrt, fehlt hinten, haben wir ein großes Problem. Ich finde auch dann... Mir fehlt ein Abraham gar nicht so. Schwierig. Ich fand, wenn du den im Vergleich siehst mit den anderen Innenverteidigern, hat mir ein Touré in den Spielen, die er gemacht hat, bis er verletzt wurde, besser gefallen wie ein Abraham nachher. Also, ich weiß gar nicht, ob das... Die haben vielleicht mal ein schlechteres Spiel gemacht, aber das hat auch ein Abraham immer wieder. Also, der ist auch nicht mehr der, der er noch vor einem Jahr oder so war. Ich glaube, dem merkst du langsam auch ein bisschen das Alter an und deswegen glaube ich, dass die anderen schon recht gleichwertig sind. Und deswegen, also, eine größere Breite, wie wir sie im Moment haben, hatten wir sie, glaube ich, noch nie. Ja, das stimme ich dir vollkommen zu. Gerade der Defensive sehe ich da normalerweise keine Probleme. Da bin ich in der Einzelspiele-Analyse, muss ich dann eher sagen, was mich dann tatsächlich ein bisschen nervt, dass das dann einige abfallen ist. Aber ganz natürlich, du hast eben schon Abraham angesprochen. Abraham und Hasebe sind beide Spieler, die jetzt wirklich an ihrem, naja, ihren Zenit langsam überschritten haben, auch wenn sie immer noch gute Leistungen bringen. Aber da merke ich schon, es geht langsam abwärts. Aber wir haben super Leute mit Hasebe, mit Hinteregger, mit einem Touré, der auch, wenn er noch Wackler drin hat, was aber ganz klar ist, genauso, aber auch ein Dika. Das sind für mich Spiele, die muss ich jetzt da ranziehen, weil die haben eine ganz, ganz große Qualität und können auch viel besser werden. Und also ich sehe da, da sehe ich nicht den Leistungsabfall. Den Leistungsabfall sehe ich eher im kreativen Bereich und da im Mittelfeld. Und da ist es, wenn Rode weg ist, auch wenn es um den Zusammenhalt geht, ist es ganz merkwürdig. Wenn Rode weg ist, irgendwie nicht mehr spielen kann, ausgewechselt werden muss, dann klafft da hinten eine Lücke, die ist nicht zu ersetzen. Und das finde ich teilweise ein bisschen problematisch. Ich glaube, das sind auch für mich die zwei Punkte, die ich da durchaus voneinander trennen würde. Wenn man sich mal die einzelnen Einsätze der Spieler anguckt, dann sind da ganz, ganz wenige, die nah an die 30 irgendwie rankommen. Die meisten sind irgendwo zwischen 15 und 20. Also da ist durchaus eine gewisse Rotation drin. Dass das dann vielleicht nicht die richtigen Spieler für das System ist, was wir versuchen, mit diesen Spielern zu spielen. Das ist dann wieder die andere Seite der Medaille. Und da stimme ich dir absolut zu, dass wenn einzelne Spieler irgendwie da rausfallen, wie in Rode im Mittelfeld, wie vielleicht dann Hasebe in der Abwehr oder Gott bewahre in Kostic irgendwie auf links, dann ist halt unser komplettes System irgendwie tot. Aber wie kann das denn passieren? Also der Trainer war in der letzten Transferperiode schon an Bord. So, das heißt, die Spieler, die verpflichtet wurden, sind in Abstimmung mit dem Trainer gekauft worden. So sollte man zumindest meinen. Der hat eine Systemidee und muss doch dann Spieler holen, die da reinpassen. Und dann merke ich, okay, es funktioniert vielleicht nicht und dann muss ich doch in der Lage sein, einen Plan B zu haben. Also einfach zu sagen, wir haben nicht die Spieler fürs System, ist fast schon ein Armutszeugnis. Also wenn das tatsächlich so ist, dann hat aber jemand... Ist ja unsere Wahrnehmung, das war ja nicht die Aussage vom Trainer bis jetzt. Nee, 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 nee. Aber ich sehe es auch so. Das ist grütend, das zu sagen. Aber jetzt guckt doch mal, weil ihr gesagt habt, in der Defensive sind wir super aufgestellt. Genau, ihr habt es eben gerade schon gesagt. Schau dir an, Kostic würde ausfallen, linke Seite totale Katastrophe, rechte Seite, Danny Da Costa liefert seit Wochen nicht so ab, wie er abliefern müsste eigentlich, gerade nach vorne. Dann hast du als Alternative einen Chandler. Hm, okay, war in Ordnung, was er teilweise gezeigt hat. Dann haben wir einen Eric Durm. Uiuiui, da ist auch schon viel, 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 naja, ich sag mal, Auge zudrücken, dann ist es vielleicht ganz in Ordnung gewesen. Aber auf keinen Fall ein ordentlicher Ersatz, um dem Anspruch auch gerecht zu werden, oben mitzuspielen. Wir sind ja im Endeffekt, natürlich haben wir jetzt diesen riesen Absturz hinten raus erlebt und haben jetzt hier nur noch drei Punkte Abstand. Das ist es natürlich sowieso nicht. Aber bist du mit dem Mittelfeld zufrieden, denke ich, ist die Kaderbreite in Ordnung, auch gerade auf diesen Positionen, wenn du aber vorne mitspielen willst und dann liefern gerade diese Außenverteidiger, und das ist natürlich wieder dem System geschuldet, dass du eben diese hohen Außenverteidiger haben möchtest, Dreierkette, Fünferkette, etc. Dann hast du natürlich mit, wenn Da Costa und Kostic nicht liefern, finde ich, fehlt es zum Beispiel komplett. Ich finde, da ist zum Beispiel so ein Punkt, wo die Kaderbreite fürchterlich ist, weil der Kader ist vollgepumpt mit Spielern wie Durm, Chandler. Ich weiß gar nicht, wen haben wir denn noch für die linke Seite eigentlich? Also ich finde ja Durm gar nicht so schlecht. Das Problem am Durm ist halt, der ist halt defensiv sehr stark und offensiv hat er halt echt größere Mängel. Aber so einen Spieler wie einen Kostic 1 zu 1 zu ersetzen, das ist halt auch eine Mammutaufgabe. Also selbst wenn du sagst, die 100 Millionen kannst du nur dafür ausgeben, so einen Spielertypen noch mal zu finden, der da 1 zu 1 reinspringen kann. Auf jeden Fall, du hast völlig recht. Und vor allen Dingen jemanden zu finden, der mit seiner Rolle als Nummer 2 dann auch zufrieden ist, das ist halt echt schwierig. Aber dann muss ich doch in der Lage sein zu sagen, okay, ich habe mit einem Erik Durm einen soliden linken Außenverteidiger. Dann lass ihn doch auf der Position spielen. Und wenn du eine Kombi hättest, wie zum Beispiel, wäre ein Rebic noch da. Dann wäre das eine absolute Alternative, dass du ihn ein bisschen links offensiv spielen lässt und im Durm seine defensiven Aufgaben anvertraust. Also ich würde jetzt nicht ganz bei deiner Theorie mitgehen, was den Spieler Durm angeht. Ich habe dann eine eigene Meinung dazu. Ich glaube aber, das Problem ist auch nicht nur, dass er, nein, andersrum, er ist kein 1 zu 1 Ersatz für Kostic, was aber auch vollkommen fein ist. Das Problem ist einfach nur, wenn er stellvertretend auf dieser Position spielt, ist unser System immer noch drauf ausgelegt, gib Kostic den Ball, schicke ihn nach vorne und schieße eine von den 3 Millionen Flanken. Also du bist halt auch nicht nur so, dass du einen sehr wichtigen Spieler ersetzen musst, du bist auch derjenige, der quasi das ganze Spiel dann irgendwie nach vorne bringen muss. Und damit hat er dann wahrscheinlich auch einfach ein Riesenproblem. Und nochmal zu Dennis seiner Aussage, mit dem krassen Abfall. Ich habe mir mal den Tabellenverlauf angeschaut. Wir haben uns die ganze Zeit bis zum 13. Spieltag irgendwo zwischen Platz 7 und 10 bewegt und sind jetzt zwei Plätze nach unten. Also das ist auch, glaube ich, eher so ein gefühlt krasser Abfall. Du musst dir doch eher die Punkte anschauen. Also du musst dir doch die Punkte anschauen, nur weil die anderen nicht punkten. Nicht die Platzierung. Kannst du nicht sagen, wir sind nicht abgefallen. Also ich bitte dich, guck dir mal bitte die Punkte an, die wir nicht geholt haben. Das ist, und darüber kann man schon sprechen, einfach richtig erbärmlich. Und das ist gegen Bremen, wo wir in der letzten Minute noch die Punkte vergeben haben, wo wir 2-1 geführt haben. Und dann lassen wir uns in der Nachspielzeit noch 2-2 reinlegen. Seitdem hast du eigentlich gemerkt, dass die Mannschaft zumindest in der Liga nicht mehr diese Kontinuität hat. Und das ist, auch wenn die anderen auch dusselig sind und nicht die Punkte holen, ist es einfach extrem schlecht. Wie die Ausbeute der letzten Spiele war einfach bitter. Und ganz ehrlich, wir müssen jetzt darauf achten, dass wir die Punkte holen und nicht auf den Tabellen stand, weil das wird sich noch regulieren. Aber wenn wir jetzt die Punkte nicht holen, gerade die nächsten beiden Spiele in der Rückrunde, ja, dann sieht es ganz düster aus. Deswegen, also die Tabellenlage kann täuschen. Was nicht täuscht, sind die Punkte, ist die Punkteausbeute. Und da muss man schon sagen, dass eindeutig zu wenig geholt wurde, sowohl gerade auswärts, aber auch die letzten Spiele leider zu Hause. Und du kannst einfach, wenn du eine Mannschaft bist, die sich selbst zumindest im Mittelfeld positioniert, ist es nicht möglich, und da lasse ich auch nicht mit mir drüber reden, gegen Köln zu verlieren und gegen Paderborn zu verlieren. Das sind zwei Dinge, die gehen einfach nicht. Hätten wir die beiden Dinger gewonnen, würden wir heute nicht so drüber sprechen. Aber das, die Leistung der letzten Woche, inklusive auch noch das Guillemarage-Debakel, was auch erbärmlich war, das geht so halt nicht. Und darüber können wir sprechen. Und das müssen wir auch tun. Sorry. Aber ich bin ein bisschen anders. Also keine Ahnung. Alles gut, klar. Das ist natürlich, wie du schon richtig festgestellt hast, ein sehr einseitiger Blick einfach nur auf die Tabelle, der immer auch nur ein Teil der Wahrheit an der Stelle ist. Das ist richtig. Das ist so schön, wenn wir immer nur darauf gucken könnten. Aber weißt du, die überholen uns alle gerade. Also du merkst halt, jetzt Köln stehen, ich weiß nicht, ob die jetzt noch hinter uns stehen, müssen wir gerade mal gucken. Ja, ich glaube noch zwei Punkte. Genau, aber die haben halt gerade, die sind jetzt gerade richtig am Rollen. Und bei uns ist der Trend läuft halt dagegen. Und deswegen, wir müssen das halt gesamt betrachten, was ich ja vorhin gesagt habe. Also das Jahr 2019 war für mich auf gar keinen Fall ein schlechtes. Ich fand es ziemlich cool. Aber es hat halt, wie die Alex auch schon angedeutet hat, einen richtig krassen Abfall zuletzt gehabt. Und es ist halt hier ganz wichtig zu sehen, dass wir diesen Abfall stoppen. Und damit es nicht noch weiter runter in der Tabelle geht, weil wenn du weiter so wenig Punkte holst, dann findest du dich ganz bald woanders wieder. Meins hat sich auch so ein bisschen konsolidiert. Naja, das ist jetzt noch nicht so hundertprozentig. Aber du kannst auch nicht darauf bauen, dass so Vereine wie Düsseldorf jetzt hundertprozentig absteigen. Und Werder wird sich auch noch verstärken. Und dann ist es plötzlich so, dass du in einer ganz schwierigen Situation bist. Du musst jetzt sehen, dass du alle Weichen stellst, dass du die ersten beiden Spiele in der neuen, also in der Rückrunde zumindest vier Punkte da rausgehst. Am besten sechs. Und dann geht es wieder. Und dann läuft es wieder. Dann kommst du in ein sicheres Gewässer. Dann kannst du dann nochmal sehen, wie es dann läuft. Aber die beiden darfst du auf gar keinen Fall verlieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, relativ früh, auch jetzt schon, eigentlich tut mir leid, wir haben jetzt den 30.12. Normalerweise sollten Hübner und Herr Bobic und vielleicht auch Hütter, der dann natürlich ja auch eingebunden ist, schon darüber nachdenken, wen sie jetzt Neues holen. Und wen sie vielleicht auch aus dem Kader entlassen. Wo sie sagen, okay, mit dem komme ich nicht weiter, damit es nicht noch komplett aufgebläht wird. Wen kann ich ausleihen? Und so weiter und so fort. Die müssen jetzt schon richtig arbeiten. Köln ist übrigens noch einen Punkt hinten dran. Siehst du mal, einen Punkt noch. Fürchterlich auch, Marvin, weil du sagst, aus den ersten zwei Spielen, das ist Hoffenheim und Leipzig, da vier Punkte zu holen, wird schon eine Mammutaufgabe. Also gerade das Spiel gegen Leipzig wird ja auf jeden Fall nicht schlecht. Und Hoffenheim hat auch jetzt gar nicht so schlecht mehr gepunktet. Nee, klar, Hoffenheim ist echt gefährlich. Aber ich glaube zum Beispiel, Hoffenheim, du hast vollkommen recht, das ist echt alles schwierig, ganz klar. Das Ding ist aber, ich glaube, wenn die ganzen Eintragsfans wieder nach Hoffenheim fahren, kann da schon was passieren. Weißt du? Und das ist der Drückroutenstart. Aber da muss natürlich auch eine Initialzündung passieren. Da muss auch mit den Fans gesprochen werden. Da muss auch gesagt werden, hier Leute, wir haben gemerkt, die Hinrunde, die Wahl ist nicht so zu Ende gegangen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir müssen jetzt Gas geben. Wir müssen jetzt auch überlegen, woran wir drehen können. Und deswegen haben wir auch gesagt, okay, wir müssen den einen oder anderen verpflichten. Ganz ehrlich, so eine Sache wie Rebic, man kann darüber reden, wie man will. Aber ich glaube, es wird eine kleine Initialzündung geben, allein die Verpflichtung. Allein wenn du sagst, er ist wieder da. So, dann hast du gleich wieder die Fans hinter dir. Und dann fährst du nach Hoffenheim und dann ist jeder wieder abgeholt. Weil du musst den Fans halt irgendwas geben, damit sie näher wieder an diese Mannschaft und auch an den Verein, sage ich mal, rücken. Und wenn du das hinbekommst, dann ist zum 18.01., dann geht in Hoffenheim, kann da alles passieren und dann fährst du mit drei Punkten da und dann ist das Spiel natürlich gegen Leipzig auch noch nicht verloren. Ich glaube, dass Spiele gegen Leipzig immer eine besondere Dynamik haben können. Aber dafür muss halt vorgearbeitet werden. Das müssen sie jetzt tun. Wenn du jetzt ohne Neuverpflichtung nach Hoffenheim fährst und irgendwie, ja, jetzt hast du diesen scheiß Trip dann nach den USA gemacht. Ja, ganz ehrlich, dann fliegst, dann sieht es echt bitter aus. Du musst Zeichen setzen. Das ist ganz wichtig. Voll bei dir, Marvin, auf jeden Fall. Ja, also, und ich würde jetzt auch mal, wie du schon richtig gesagt hast, Marvin, die müssen jetzt anfangen zu arbeiten. Ich meine, Dortmund hat gestern seinen ersten Transfer hier schon verkündet. Da musst du jetzt halt auch langsam ein bisschen nachlegen. Feiere ich übrigens, ne? Also, finde ich super, dass auch Wechsel nicht innerhalb des Ja, auf jeden Fall. Ra-Bar-Konzerns vonstatten geht. Für uns ist es ja auch nicht schlecht, weil gegen Salzburg steht er ja dann auch nicht im Kader. Richtig. Das ist korrekt. Das ist eine feine Sache. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Also, Alex, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe eigentlich schon gedacht, naja, gut, okay, jetzt wird er doch zu. Wird er von links nach rechts geschoben. Es hätte nicht gepasst. Ich bin nicht fest von ausgegangen. Ja, klar. Richtig schön. Tut uns gut. Dennis, wie du gesagt hast, vollkommen richtig. Gegen Salzburg, es fehlt ein ganz wichtiger Mann für die. Ja, das war der erfolgreichste Scorer, glaube ich, von den acht oder neun Tore, hat er ja in dieser Champions-League-Abstiegsrunde sozusagen geschossen. Und da wir ja gerade analysiert haben, dass wir hinten keine Probleme haben, dann kann ja gegen Salzburg nichts mehr schief gehen. Schauen wir mal. Erfraglich. Erfraglich. Ich würde nur eine ganz einfache Schlussfolgerung ziehen. Ja, es ist richtig. Ja, aber nochmal zurück zu Rebic. Also, Rebic fände ich auch, ist auch so ein Herzensding. Ich fände es auch voll geil. Weil ich hoffe, dass das nicht nur wir in der Runde so sehen, sondern dass es in der Breite so gesehen wird. Ich befürchte aber, dass das der Transfer ist, der mein Herz befriedigt. Aber ich glaube, da muss noch mehr passieren. Weil in Rebic halt auch, ich glaube, in dem Moment, wo er zurückkommt, wird er auch voll Bock haben. Weil der hat jetzt lange genug auf der Bank geschmort. Und ich glaube, für den ist der Wechsel echt scheiße gelaufen, sodass der mit viel Motivation zurückkommen könnte. Aber den auf lange Strecke motiviert zu halten, ist halt auch eine schwierige Aufgabe. Und deswegen glaube ich, das kann, also der kann nicht als der Heilsbringer und als der alleinige Heiland irgendwie willkommen geheißen werden. Also irgendwie glaube ich, da fehlt noch mehr wie einfach nur ein Rebic. Ja, das sehe ich vollkommen genauso wie du. Das kann nicht die einzige Verpflichtung bleiben. Ich gehe ganz fest davon aus, dass wir nicht nur da was tun müssen, wir müssen trotzdem darüber nachdenken, wie das mit dem Sturmbereich auch ist, ob wir da gut aufgestellt sind. Ich habe gesehen, René, du hast da ja irgendwie eine lustige Auflistung da gemacht mit den Stürmern der vergangenen Jahre oder ein, zwei Jahre. Ja, im Endeffekt ist es halt so, dass du natürlich mit Patience ja jemanden hast, der regelmäßig trifft, aber halt nicht nur nicht die Qualität der beiden oder der drei da vorne im letzten Jahr. Das ist auch klar. Aber da muss man halt sehen, was passiert. Ich glaube, die Eintracht muss ganz, ganz krass die Augen offen halten, welcher Spieler gerade unzufrieden ist, welcher noch entweder zu Euro oder halt zu Olympia will. Dann müssen wir dementsprechend versuchen, wenn die eh schon mal auf unserem Zettel waren, dass wir da nochmal angreifen. Und im Zweifel holen wir halt auch nochmal jemanden fürs Mittelfeld, der vielleicht ein bisschen kreativeres Element hat. Was mich da voll ärgert ist, wie kann denn ein Verein wie Hertha, BSC, Berlin, Granit Xhaka verpflichten? Das geht mir sowas von nicht in den Kopf rein und der würde perfekt passen. Ja, sehe ich genau. Also vielleicht nochmal gerade zu den, weil Marvin das mit den Bildern angesprochen hat, ich habe mir mal angeguckt, wie viele Tore die drei, Halea, Jovic, Rebic, in ihrer ersten Saison geschossen haben, also 17, 18, weil ich finde, die letzte Saison mit der jetzt neuen Saison für Paciencia, Dost und Silva, weil Paciencia würde ich jetzt da auch mal so ein Stück weit als quasi Neuverpflichtung eigentlich reintun, weil der hat ja im letzten Jahr da so gut wie gar nicht gespielt und wenn, hat er auch Tore gemacht, aber die Spielzeit war nicht so ganz, dann gehen die nicht so arg weit auseinander. Zumindestens Paciencia hat mit seinen zehn Toren in 30 Einsätzen liegt ja so in etwa gleich auf mit dem, was in Jovic und in Rebic in der ersten Saison hat es halt in Summe einfach mehr Leute, die getroffen haben. Momentan sind halt, Paciencia ist so der einzige Stürmer, der da halt irgendwie vorne wegläuft und dann kommt halt schon relativ schnell Hinteregger, der ja eigentlich nicht zum Tore schießen, sondern zum Tore verhindern da ist. Ich glaube, das ist dann halt eher so das, so ein bisschen das Problem. Ich hatte auch die Hörer und Hörerinnen mal gefragt, was denn so deren Erwartungen an so Transfers in der Winterpause sind. Da kam ganz oft auch der Name Rebic, da kam aber auch ganz oft der Hinweis, dass wir endlich mal Stürmer holen sollen, dass wir keine Experimente machen sollten, sondern das laien oder kaufen, was halt auch direkt irgendwie hilft. Aber auch der Hinweis, keine Panikaktionen jetzt irgendwie zu machen und auch nochmal der Hinweis mit ja mindestens zwei Stürmern, Rechtsverteidiger, eine Zehner und auch ganz wichtig ein Ersatz für Kostic, das war ja das, was wir vorhin mit Durm auch schon angesprochen hatten, dass du zwar prinzipiell Leute hast, die auf dieser Position spielen könnten, aber die vielleicht nicht diejenigen sind, die da drin stehen und dann tauchte auch der Name Vogt auf, der mich so ein bisschen irritiert hat. Alex hat das hier in unserem Dokument auch gerade markiert. Weiß ich nicht. Ja, also ich habe ja eben schon mal gesagt, also ich sehe unsere Probleme gar nicht so krass in der Innenverteidigung und ob mir da ein Vogt jetzt unbedingt weiterhilft, weiß ich nicht. Ich glaube auch, also das Problem liegt eher in der Offensive und halt eben die Kreativität im Mittelfeld, sodass wir eben nicht mehr die stärkste Flankenmannschaft der Bundesliga sind und alles quasi nur über Außen und Flanken lösen, sondern auch mal ein bisschen kreativer vielleicht durch die Mitte gehen und da auch ein bisschen Abschlussstärker sind. Ich finde Kamada ist ein toller Spieler, aber was mir halt einfach fehlt, ist diese Abschlussstärke und da wäre wiederum auch so ein Rebic, den du ja sowohl auf der Außen als auch in der Mitte spielen lassen kannst, hilfreich. Ich mache da auch so ein Fragezeichen drin, ob alle diese Gründe, weswegen er damals so ganz dringend weg wollte, denn jetzt beseitigt sind oder ob wir uns nicht damit das nächste Ei irgendwie ins Nest legen. Ich bin da noch so ein bisschen unentschlossen. Wir sind doch hier genau an dem Punkt, Marvin willst du erst? Nein, nein, mach du. Wir sind doch hier genau an dem Punkt angekommen zu sagen, wenn ich mir hier angucke, was alles geholt werden soll und so weiter, sind wir uns ja alle einig, das wird nicht passieren. Gerade in dieser Masse zumindest, ein Zehner, zwei Stürmer, ein Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, das, 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 funktioniert ja gar nicht. Jetzt sind wir aber hier an dem Punkt genau, brauchen wir das? Was bräuchten wir, wenn wir dieses System, was jeder mittlerweile kennt und was jeder schon zehnmal jetzt selbst die unterklassigsten oder schlechtesten Mannschaft aus der Liga entschlüsselt haben, wenn wir das versuchen, weiter durchzudrücken und trotzdem ein paar Punkte holen, dann müssten wir hier unglaublich sinnlos in Anführungszeichen auch investieren, weil wir dann vielleicht das hinbekommen, dass durch Einzelaktionen etc. dann auch trotzdem Tore fallen. Ich denke aber, das ist genau der falsche Ansatz. Wir müssen hier erstmal generell überlegen und das hoffe ich, dass das auch Hütter und die Verantwortlichen gemacht haben. Was ist denn die Alternative systemtechnisch, was können wir hier machen und an welcher Stelle hapert es dann, wenn wir auch mal einen Systemwechsel haben wollen? Denn wenn du hier schaust, du brauchst natürlich Stürmer, ja, das ist richtig, brauchst auch einen Kreativen, ja, das ist auch richtig. Das sind die Positionen, wo ich auch sage, ja, es muss sein. Aber diese Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, Kostic und Dings-Situation, dass du sagst, da braucht man eigentlich einen Ersatz, wir brauchen auf der anderen Seite brauchen wir einen Ersatz für Kostic. Jein, wenn du das System ein bisschen variabler gestaltest und die nicht die ganze Zeit über die Seiten heizen müssen, dann hast du auch, du habt es richtig gesagt, dann kann auch ein Durrmann ein solides Spiel machen. Ein Schändler ist auch jetzt, wenn er sich auf nur Defensivarbeit konzentrieren kann, vielleicht gar nicht der schlechteste. Wir müssen nur hier schauen, es muss viel mehr Variabilität rein und da muss geschaut werden, erst wenn diese Entscheidung getroffen ist, dann können wir über Verpflichtungen eigentlich nachdenken und ich hoffe, dass die Entscheidung getroffen ist, was wollen die Spieler, was will die Mannschaft, was will der Trainer dann sehen und an der einen oder anderen Stelle wird dann nachgelegt. Es macht jetzt keinen Sinn zu sagen, die Mannschaft funktioniert nicht, ich will die Büffelherde wieder haben und wir nehmen 100 Millionen in die Hand und versuchen irgendwas nachzukaufen. Das funktioniert nicht, das wird auch mit dem System nicht mehr funktionieren, weil es einfach ausgelutscht ist. dementsprechend wünsche ich mir, dass sowohl ein paar Neuverpflichtungen kommen, aber insbesondere auch eine Variabilität im System endlich erkennbar ist. Aber ich hoffe und denke auch, dass ihr das genauso seht, oder? Aber woran liegt das denn, dass das nicht da ist? Weil als Hütter angefangen hat, war das System, was wir gerade spielen, nicht sein präferiertes, sondern er ist in den ersten zwei Spielen auch mit einer Viererkette hinten reingegangen und ist dann, als er gemerkt hat, läuft nicht so, zurückgegangen. So jetzt hat er eine, klar, eine kurze Sommerpause, aber er hat auf jeden Fall jetzt schon anderthalb Jahre Zeit, nochmal irgendwas einzustudieren, was von diesem Dreierkette, hinten zwei hochstehende Außenverteidiger, die eigentlich schon fast in einer offensiven, in einer viel offensiveren Position spielen, das in irgendeiner Form abzuändern. Arbeiten die da nicht dran? Oder sind die alle zu blöd, das zu kapieren? Oder haben wir keine Zeit, da dran zu arbeiten, weil zu viele Spiele da sind? Verstehe ich nicht. Also ich sehe es tatsächlich viel eher darin, dass wir einfach aufgehört haben, früh zu pressen. Also für mich ist das das Kernding. Also das hat der Mannschaft unglaublich viel weggenommen. Das hat der Mannschaft so viel Qualität und gleichzeitig auch Emotionalisierung von den Fans weggenommen. Seitdem du viel später anfängst, Gegner anzugehen, teilweise den bis zum eigenen Sechzehner laufen lässt. Das haben wir gegen Paderborn eindrücklich gemerkt, dass die erstmal schön bis zum Sechzehner gekommen sind, dann war alles gefährlich. Du musst die viel früher abfangen. Du musst viel früher dagegen herangehen, auch wieder eine gewisse Bissigkeit an den Tag legen und die fehlt an gewissen Stellen. Das merkst du bei einzelnen Spielern, die sich das nicht nehmen lassen, wie kostet. Aber bei anderen ist es halt so, dass sie viel zu spät damit anfangen und dann ist es teilweise schon vorbei. Das war die DNA der Frankfurter Eintracht. Früh angegangen, überhaupt keinen Bock auf irgendwas, dass irgendwie die Gegner irgendwie kommen. Überhaupt keinen Bock und wenn es passiert, dann wird es natürlich gefährlich, weil wenn du dann früh anpresst und die aber trotzdem schlauer sind, ja dann wird es halt hinten gefährlich. Dann kann immer was passieren. Aber das Problem ist, wir lassen die so jetzt schon spielen und überhaupt die Situation schon gefährlich entstehen und dann überlegen wir uns erst mal, wie machen wir das mit der Verteidigung. Ich glaube, das ist viel relevanter, als wenn wir jetzt darüber nachdenken, ob die jetzt mit drei oder vier Mann spielen, weil es geht hier um die Einstellung und die fehlt uns. Und weil wir das die letzten Jahre gewohnt waren, die letzten paar Jahre als Eintracht-Fans, fehlt uns das natürlich auch im subjektiver Hinsicht komplett, weil du nicht mehr, du bist nicht mehr so emotional abgeholt. Früher gab es noch öfter die Grätsche, die ausgepackt wurde, weil es richtig gepasst hat. Oder du hast im Anlaufen schon Bälle abgenommen und hast dann dadurch, das war ja relativ simpel, das brauchen wir jetzt nicht so tun, als wäre das jetzt unglaublich trickreich gewesen, dass wir früh den Ball bekommen, also Durchpressing abnehmen und dann nach vorne schalten. Aber da hast du halt die richtigen Leute da gehabt mit Alain, mit Rebic und mit Jovic, die im Optimalfall ja auch gar nicht so lang zusammengespielt haben, die aber dann wussten, was sie mit dem Ball anzustellen hatten. Und das hast du halt heute nicht mehr. Das heißt, du musst dir schon überlegen, komm, kehre ich wieder dazu zurück, dass ich vielleicht eine andere Robustheit an den Tag lege und gleichzeitig auch früher wieder an den Gegner gehe. Ich glaube, das würde uns viel mehr helfen, als diese Fragen, ob wir jetzt mit drei oder vier Mann anspielen. Dann hast du aber mit Bastost eine komplett falsche Verpflichtung gemacht. Das ist ja ein Spieler, der sowas überhaupt nicht, also ich glaube, das ist auch einfach nicht seine Art. Ja, gut, dann ist es so. Dann hast du halt einmal Geld versenkt, aber wenn das trotzdem der Weg sein kann, damit es dauerhaft funktioniert, dann habe ich halt Pech gehabt. Dann ist es halt so. Also das muss ich einsehen. Ich glaube, mir ist es wichtig und wir dürfen nicht vernachlässigen. Wir können hier ganz schnell in eine sehr, sehr schwierige Lage kommen. Und das will ich jetzt auch gar nicht überdramatisieren. Ich kenne, dass der letzte Monat halt echt kacke war und wie das in der Bundesliga so geht, weil gerade andere Vereine jetzt wieder besser werden, dürfen wir nicht zu lange diesen Schlechende anhaben. Und deswegen ist es wichtig, halt auch da relativ krass jetzt anzugehen, weil die Sache ist halt die, wenn wir das jetzt noch drei, vier Spiele geschehen lassen, dann sind wir wirklich in einer schwierigen Situation und dann müssen wir uns überlegen, wie wir da wieder rauskommen und dann brauchst du auch andere Spielertypen. Das ist gerade, das ist ganz schwierig gerade, weil wir wirklich, ja, wir sind so in der Twilight Zone, weil wir nicht genau wissen, wir sind eigenspielerisch immer noch okay, dass du eigentlich sagen kannst, du könntest mit dem vorhandenen Spielermaterial einen anderen Spielstil fahren, aber es kann ganz schnell in eine andere Richtung gehen und dann brauchst du eher so Typen und da muss ich dann auch sagen, dann musst du auch wieder auf Typen wie Abraham oder Hasebe zurückgreifen, die mit Routine dich auch auf einen Abstiegskampf vorbereiten können, weil ich will nicht sagen, dass er droht, aber er ist durchaus realistisch und das müssen wir wissen und deswegen ist es sauschwierig, auch jetzt die richtigen Verpflichtungen zu tun. Ich glaube einfach, dass es zumindest hilft, mit Rebic jetzt reinzugehen und dann noch jemanden nehmen, der das kreative Element so offensiv belebt. Ich stimme Dennis dazu, dass wir jetzt nicht eine komplette, das wird ja auch keinen Sinn ergeben, dass wir jetzt komplett neue Spiele erholen können auf der rechtsverteidigte Position. Hätte damals, das siehst du jetzt in den letzten Spiel, hat es sich gezeigt, ein Babu wäre schon sinnvoll gewesen und jeder, inklusive mir, da nehme ich mich gar nicht aus, hat gesagt, okay, ein Babu klingt geil, aber brauchen wir den wirklich, da Costa hat so gut performt. Jetzt sehen wir, dass er da wirklich funktioniert hätte. Das sind halt so Sachen, das weißt du halt manchmal nicht, aber wir müssen halt sagen, Dennis hat es richtig gesagt, der Costa ist jetzt gerade so ein bisschen ausgelaufen, Chandler probiert es, aber kommt nicht genau ran, aber trotzdem, da jetzt was zu tun, kostet wahrscheinlich zu viel Geld und das ist jetzt, weil Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, die kosten immer einen Haufen Geld, das ist ja der Grund, warum überhaupt Costa zu einem Linksverteidiger gemacht hat, weil wir keine gescheiten hatten. Also, ich denke, ganz wichtig, Rebic und der Mr. X im Mittelfeld, der auch Rode ein Stück entlasten kann. Und dann aber auch die Spielweise ändern und wie du schon gesagt hast, einfach wirklich früher in dieses Pressing gehen, früher den Ball erobern, zum einen hast du eben dann wieder so diese Spielweise, die auch die Fans mitnimmt und du hast natürlich auch noch den Vorteil, dass du wesentlich weniger Strecke dann halt einfach zum Kontern zurücklegen musst, weil wenn du halt den Ball erst so ganz spät irgendwie tatsächlich eroberst, hast du einen riesen Weg vor dir, den du die ganze Zeit da irgendwie gehen musst. Das heißt, du hast zwar erst spät diesen Aufwand, aber das, was du halt hinten dran machen musst, um irgendwie zum Ertrag zu kommen, ist halt auch immens. Das hilft uns halt an, mit der Vielzahl der Spiele, die wir dann vielleicht auch noch machen, halt auch wiederum nicht. Genau, und du darfst ja nicht vergessen, die Frustration jetzt, gerade wenn ich Alex am Anfang gehört habe, die kommt ja nicht daher, dass jetzt Spiele unglücklich verloren gegangen sind. Ich glaube, die Alex wird anders sprechen, wären diese Partien gegen Paderborn und gegen Köln irgendwie so ganz knappe Dinger gewesen. Du hättest zwei Elfmeter irgendwie gegen dich zugesprochen bekommen, hättest dann verloren. Nee, das war, weil die Einstellung, weil du das Gefühl hattest, das ist die Einstellung für den Arsch war. Dass du gegen Köln irgendwie, es ist trotz 2-0-Führung, nicht über die Kette, also nicht auf die Kette bekommen hast, das Ding einfach zu gewinnen, weil dann jeder irgendwie so, auch schon fast larifari unterwegs war. Gegen Gegen Marage war es genauso und über Paderborn brauchen wir nicht sprechen. Da hat uns die Einstellung einfach nicht gefallen als Fans, glaube ich. Und das ist genau das Ding. Und die musst du jetzt wieder zurück auf die Kette bekommen. Und wenn du dann die ersten, wenn du dann trotzdem halt merkst, okay, die Mannschaft gibt absolut alles und es klappt noch nicht so 100 Prozent nicht, dann sind wir ja nicht sauer, dann kämpfen wir weiter bis zum Ende und dann geht es schon, weil dann brauchen wir wieder dieses zusammenhaltende Element, was die Eidrat auch berühmt gemacht hat. Aber wir müssen sehen, dass die Mannschaft das Vertrauen, was wir jetzt auch in sie stecken, auch zurückkippt. Und da ist es auch einfach, ihr entgegenzukommen und zu sagen, wir machen wieder den Systemwechsel, wo es einfach ist, sich Applaus abzuholen. Das sind so kleine Sachen. Es ist ja einfach, sich Applaus abzuholen, wenn du presst und versuchst, der Gegner anzugehen. Das sind dann vielleicht einige gar nicht mehr gewohnt oder wenn die Grätsche richtig setzt. Das sind so kleine Sachen. Schaut euch mal an, welchen kleinen Mist wir letzte Saison auch abgepfiffen haben, ah, nee, nicht abgepfiffen, aber angefeuert haben, als Rode im Mittelfeld die Grätsche richtig auspackt. Das sind so die Dinge, die emotionalisieren und die holen den Zuschauer auch wieder ins Spielfeld zurück. Und das müssen wir wieder bekommen. Bin ich voll bei dir, Marvin. Eine Sache noch dazu. Ich glaube auch, dass wenn du dieses Pressing frühzeitig machst, ist, dass du dann nicht zwingend diese Kreativität brauchst, die uns jetzt momentan total fehlt. Natürlich wäre es toll, wenn der Ball dann gewonnen ist und dann kommt irgendwie ein schöner Schnittstellenpass etc. Das erwarte ich aber, dass zumindest dann diese Fünf-Meter-Pässe ankommen. Da kann auch dann irgendein Dummtreter wie Fernandes oder sonst was nochmal einen schönen Pass spielen über die Außen. Dann ist vielleicht ein bisschen Platz. Momentan finde ich, gerade diese Taktik, die wir momentan fahren, wäre in Ordnung, wenn du super kreative Köpfe da hättest, wenn dann So so performen würde, wie sich Hütter das anscheinend ja vorstellt und so weiter, da jeden Pass genial einfach spielen würde und den Gegnern eigentlich überhaupt keine Chance lässt. Das ist aber ja nicht der Fall. Ich denke, dass das auch durch ein aktives Pressing, durch ein schnelles Ballerobern eventuell auch dazu führt, dass du gar nicht diese Mega-Kreativität brauchst, sondern einfach nur einen soliden Pass, der dann im Endeffekt zu einer schönen Torchance führt. Also das gefällt mir sehr gut, Marvin, dass du da einfach mal wieder zurück zu den funktionierenden Tugenden geht. Auch da sehen unsere Hörerinnen und Hörer das sehr ähnlich. Ich hatte die auch mal gefragt, was sie am meisten an der Hinrunde gestört haben. Da war auch ganz oft die Aussage, diese, sie haben es jetzt beschrieben, ganz oft mit mangelnder Einsatzbereitschaft, Geiligkeit, das fällt für mich so ein bisschen ja auch unter diese Pressing-Spielweise, mangelnde Spielidee und dass der trottelige Kellner wieder zurück ist. Also das fällt ja alles so in die gleiche Richtung. Wer ist denn der trottelige Kellner? Die Mannschaft momentan. Die das Glas fallen lässt. Das Tablett in dem Fall, genau. Genau. Wie wahrscheinlich haltet ihr denn eine Rückkehr von Rebic? Und hilft uns da vielleicht diese Ibra-Thematik mit Mailand jetzt so ein Stück weit? Oder ist das eher ein Grund für ihn dann doch vielleicht da zu bleiben? Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das eher ein Grund ist zu bleiben. Ja, also emotional glaube ich dazu vollkommen recht. Glaube ich fast auch. Ich denke aber, ehrlich gesagt, ist die Sache schon fast durch. Ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwie Interesse jetzt von beiden Seiten immer noch da ist. Ich denke klar, wenn du die Chance hast, mit Ibra zusammen zu spielen, ist das auch ganz gut. Aber er muss vielleicht oder will vielleicht auch zur Europameisterschaft und so. Denkt da auch darüber nach. Und das wird er nicht, wenn er weiter auf der Bank sitzt. Ich glaube, dass es auch schon relativ weit ist. Aber ich weiß halt nicht. Ich glaube, der verdient halt trotzdem trotz Laie. Ich habe keine Ahnung, wie verzwickt dieses Konstrukt ist. Ich glaube, dass keine Ahnung. Niemand weiß, glaube ich, wie dieses Laikonstrukt eigentlich zustande gekommen ist. Und ich gehe fest davon aus, dass Rebic aktuell mehr verdient, als er bei uns zuletzt bekommen hat. Und das musst du als Eintracht Frankfurt ja vielleicht ausgleichen. Und darüber muss, ich glaube, das ist aktuell ein großes Problem einfach. Das könnte ich mir auch vorstellen. Allein schon unter der Prämisse, dass diese Laie-Thematik ja so kurz vor Schluss da zustande gekommen ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass da so der ein oder andere sprichwörtliche Pferdefuß in diesem Vertragskonstrukt da irgendwie drinsteckt. Aber ich glaube, du hattest es in der letzten Folge gesagt, Marvin, oder war es in der vorletzten, dass wenn wir jetzt nicht in den Invest reingehen, dass den Schaden, den wir dann am Ende bezahlen müssen, wesentlich größer ist als das, was wir dann jetzt vielleicht da in Kauf nehmen müssen. Von daher sollte das jetzt vielleicht dann auch eher so eine zweitrangige Geschichte dann sein. Ja, wobei du musst schon, also ja, das verstehe ich, das bei Transfers, das heißt, wenn du was kaufst, kann ich das auf jeden Fall, würde ich das auch so unterschreiben, was ich da gesagt habe, aber mir geht es nicht darum, jetzt komplett das Gehaltsgefüge zu sprengen. Da muss man schon drauf aufpassen. Also das ist ganz schwierig, da bin ich auch logischerweise nicht so drin, weil ich überhaupt gar nicht diese Gehaltskonstrukte der Eintracht kenne, aber das müssen die Verantwortlichen einfach sehen, dass es einigermaßen reinpasst. Und da muss vielleicht auch, wenn Rebic wirklich Interesse hat, wieder zurückzukommen, muss er dementsprechend auch tätig werden und vielleicht auch sagen, na gut, dann verzichte ich auf ein paar Euro. Mit der Gehaltsgefüge, das ist ja eigentlich dann eine interessante Sache, weil ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass beispielsweise ein Silver jetzt auf die Hälfte seines Gehalts verzichtet, weil er bei uns liegt. Also ich denke, da wird schon von der Konstruktion her sein, jeder trägt so ein bisschen die Hälfte oder ich weiß nicht genau, wie das dann aussieht, weil an sich müsstest du ja sonst sagen, wenn jetzt Rebic das Gehalt von der C bekommt und wir müssten dann im Endeffekt das von Silver bezahlen, beziehungsweise kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er dann auf einen Teil seines Gehaltes verzichtet hat und dann bei der Eintracht zu spielen. Müssen wir einfach mal gucken, die Details habt ihr ja schon gesagt, werden wir nicht erfahren. Das Problem ist aber eher, finde ich an der Situation, ein guter Punkt für uns ist auf jeden Fall, dass er spielen muss, damit er im Endeffekt in der Nationalmannschaft Berücksichtigung findet. findet auf der anderen Seite, das habt ihr vorhin auch schon mal gesagt, er muss natürlich auch wirklich Bock haben, mit der Mannschaft zu spielen und da finde ich es immer, ein Rebic total abhängig davon, wer ist denn sein Ansprechpartner bei der Eintracht dann? Wer sind seine Homies? Sind noch genug Leute da, mit denen er sich sehr gut versteht? Ist da vielleicht auch eine Möglichkeit da, noch jemanden mit zu verpflichten, der vielleicht Sinn macht, weil er im Endeffekt sehr gut auch mit ihm kann? So ein Tandem in Anführungszeichen. Weil ich finde immer, ein Rebic lebt davon, dass er in eine Mannschaft kommt, wo er sich mit den Leuten richtig gut versteht, auch wenn die sich dann vielleicht ein bisschen vom Rest abkapseln. Das kann uns eigentlich egal sein, wenn er trotzdem geil performt vorne. Und das ist sowas, da bin ich im Moment so ein bisschen am überlegen, sind denn noch die Spieler da und ist noch die Situation so da, dass ein Rebic wirklich die Leistung bringt und Bock hat, bei der Eintracht zu spielen und dieses schöne Anlaufen und was wir alles von Rebic lieben, das zu bringen. Und das wäre schade, wenn wir hier natürlich jetzt eine Situation dann herbeiführen, dass wir nach zwei, drei Spielen schon wieder merken, boah, Rebic hat schon wieder keinen Bock. Das ist natürlich dann der Super-GAU, weil dann haben wir Geld verschossen, wir haben im Endeffekt wirklich ein Problem in der Liga, im internationalen Wettbewerb auch. Also dann wird es wirklich kompliziert. Wie seht ihr das denn? Haben wir, meint ihr noch diese Wohlfühlzone bei uns? Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich da, dass das der Punkt ist, wo ich auch gerade so ein bisschen unsicher bin, zum einen, ob er diese Wohlfühlzone hat und B, ob halt wie gesagt alles das, was ihn damals zum Weggehen bewegt hat, abgestellt ist oder zumindest auf so einem Level ist, dass er damit zurechtkommt. Weil ich glaube schon, dass er da an der Stelle, so nehme ich ihn zumindest war, dann auch so ein bockiger Spieler sein kann, der dann halt auch schnell irgendwie da keine Lust mehr hat und dann hilft er uns halt irgendwie gar nicht. Ich kann es nicht wirklich beantworten für mich. Also ich gehe fest davon aus, dass wenn das wirklich so kommen sollte, dass er zur Frau von Eintracht wieder zurückkehrt, dass die genau über diese Eventualitäten auch gesprochen haben und glaube ich, diese absolute Leistungsbereitschaft auch eingefordert wird für die Rückrunde. Und gleichzeitig, du hast ja so kleine Fragezeichen gesetzt, René, die kann ich natürlich nachvollziehen, aber auch das, glaube ich, sollte bis dahin geklärt sein. Und ich denke, sie aller Seiten arbeiten gerade schon daran, das hatten wir über diesen Bild gesehen, wo es veröffentlicht wurde, wo sich jeder auch positiv geäußert hat, dann diese Mehrdeutigkeit der Aussagen von Hütter. Ich glaube, jeder ist darauf bedacht, dass das entstehen zu lassen, aber es muss halt noch an einigen Stellschrauben gedreht werden. Aber ich glaube, man sollte ihm diese Chance dann auch geben. Also ich glaube nicht, dass er dann nach drei Spiel wieder pinzig ist, wenn sich ein Konzept erdacht wird. Ich meine, du machst ja nicht so, okay, das haben wir nicht verpflichtet, so und jetzt schauen wir mal weiter. Sondern du redest ja mit den Leuten. Du sagst ja, wir wollen das und das jetzt machen. Wir wollen versuchen, dass wir jetzt wieder dahin zurückkommen. Und dann, ich meine, man darf auch nicht von Adler singen. Die Eintracht hat die Spiele, die letzten Spiele verloren und die sind kack gelaufen. Da brauchen wir nicht drüber reden und das war scheiße. Ich muss aber auch sagen, dass der eine oder andere Spieler auch wieder zurückkehrt, der auch wichtig für die Mannschaft ist. Also ein Kevin Trapp wird zur Rückrunde, wenn alles gut läuft, bald wieder dabei sein. Das ist auch gut. Dann hast du nicht mehr den dritten Torhüter da hinten drin, sondern du hast jemanden, der der Mannschaft natürlich auch wieder insofern Motivation bringt, dass der halt keinen Bock hat, so viele Gegner anzufangen. Und das ist halt ganz jemand anders wie Wiedwald, der dir ja auch zusammenscheißt da hinten. Und das hilft der Mannschaft natürlich auch. Also ich glaube, gerade wenn Trapp wieder da ist, wenn Rebic wieder da ist, dann ist es auch so. Und wenn Rode vielleicht auch wieder ein bisschen fitter ist, dann hilft es der Mannschaft schon, um Kontinuität zu bewahren. Und vor allen Dingen auch, wenn ein Kostetsch merkt, ich bin nicht mehr der Einzige, der hier irgendwie versucht, was zu reißen, sondern hey, ich habe hier auch Leute mit mir auf dem Platz stehen, die genauso angefressen sind, die diesen Siegeswillen haben, die halt einfach auch wieder geilen Fußball spielen wollen. Also das kann dir in Summe dann schon aus der Richtung dann einfach helfen. Ja, stimmt schon. Ja, deswegen. Aber wir reden ja echt die ganze Zeit über Rebic. Es gibt ja auch noch andere Themen, bestimmt, oder? Ja, wenn wir mal bei den Transfer- und Winterpausen und Gerüchten bleiben, dann tauchte da gestern, vorgestern auf, dass möglicherweise die Eintracht an einer Rückholaktion von Vallejo dran sein würde, wollen würde, wie auch immer. Das mich in der Tat so ein bisschen verwundert hat, weil ich, wie gesagt, die Verteidigung bislang nicht als unser größtes Problemfeld gesehen habe. Ja, vor allen Dingen ist ja auch das Thema, der Junge braucht halt Einsatzminuten. Das ist jetzt das, wo es ihm drauf ankommt. Und ich sag mal, der hat halt mit Touré und Endika ordentlich Konkurrenz auch da. Mit einem Hinteregger und mit einem Abraham, der auch zurückkommt. Genau. Und mit Hasebe, der einfach auch irgendwie viel zu wichtig ist für die Abwehr, weswegen er dann da immer wieder spielt. Also ich weiß nicht, ob er da wirklich diese Einsatzzeiten bekommen würde. Genau, das ist halt auch meine Sorge. Also wenn er jetzt den Wechsel zur Eintracht anstrebt, weil er in England zu wenig spielt. Es ist ja nicht so, dass er da jetzt ein halbes Jahr lang konstant auf der Bank gesessen hat. Da hat er ja auch hin und wieder gespielt. Also Valerio in allen Ehren ist auch ein guter Verteidiger, den wir bekommen könnten. Ist aber aus meiner Sicht A, nicht unser größtes Problem und B, tun wir, glaube ich, ihm keinen Gefallen damit. Ja. Also wahnsinnig viel Einsatzzeit hat er jetzt nicht bekommen. Er hat irgendwie zweimal in der Liga gespielt und das noch nicht mal komplett durch. Und dreimal in der Euroleague-Quali. Ich dachte, sieben Einsätze hat er gewählt. Ja, ja, über EFL Cup und Euroleague verteilt, aber so richtig viel Einsatzzeit bei der Anzahl der vielen Spiele, die da in England normalerweise auch gespielt sind, sind sieben Spiele halt dann nicht. Tja, also ich stimme Alex vollkommen zu. Ich glaube eigentlich, dass so ein Transfer nur irgendwie Sinn ergibt und wir merken, dass einer der defensiven Spieler uns verlässt. Also das heißt, wenn große Angebote ankommen, jetzt für, sei es Touré, für Dika oder vielleicht sogar für Hinteregger, was ich jetzt nicht hoffe, weil das würde das Gesamtkonstrukt doch ganz schön auseinanderreißen. Aber stellen wir mal vor, es kommt was für Touré oder es kommt was für ein Dika, von dem du halt sagen musst, okay, das ist so ein großes, so krasse Zahlen, gerade bei Dika kann ich mir das immer vorstellen, dann müssen wir vielleicht einknicken, dann kann ich es mir vorstellen und dann wird es plötzlich relevant, weil dann brauchst du einen Ersatz und dann hast du mit, dann hast du mit dem Dika natürlich, beziehungsweise mit Valerio hast du natürlich deinen optimalen Ersatz, weil er die Mannschaft vielleicht noch kennt, aber zumindest die Liga und den Verein. Also da würde ich es machen. Aber das Ding ist auch, ja, sorry, nö, erzähl. Der hat ja jetzt auch die letzten anderthalb Jahre bis auf wenige Einsätze auch fast gar nicht gespielt. Also der hat das letzte Mal bei der Eintracht von vor zwei Saisons gespielt. Da hat er regelmäßig gespielt, dann ist er jetzt zurück zu Real, da kam er so gut wie gar nicht zum Einsatz. Jetzt ist er nach England gekommen, da hat er ein paar Einsätze, weißt halt auch nicht, in welcher Verfassung du ihn zurückbekommst. Also was er relativ regelmäßig gemacht hat, waren Spiele in der U21, da ist er auch zuletzt Kapitän gewesen, das hat ziemlich gut funktioniert, aber klar, in der Liga hat er viel zu wenig gespielt, was natürlich für seine Entwicklung auch fatal ist. Das macht einen ja richtig wütend, als ich dann gedacht habe, okay, wir haben ja im Sommer schon mal darüber nachgedacht, dann haben wir gedacht, okay, vielleicht geht da was, dann ist er zur Wohlwärmung gegangen. Da habe ich auch gedacht, naja, ob das jetzt so der Weisheit letzter Schluss ist, das hat sich nicht bewahrheitet, das hat sich bewahrheitet, dass es nicht so gut lief. Das ist halt echt schon richtig bitter für ihn. Und da muss er auch echt aufpassen jetzt. Aber wie gesagt, in der U21 sind noch Kapitän, da spiele er noch einigermaßen regelmäßig, aber da muss ich jetzt schon sehen, dass das jetzt irgendwie noch funktioniert. Ich sehe es auch, ich finde es auch schwierig. Macht denn eurer Meinung nach, weil es ist ja im Gespräch, die Laie mit Wohlverhemden wird aufgelöst, er kommt dann für das halbe Jahr sozusagen, was er noch ausgeliehen wäre, zu uns. Macht das Sinn? Oder müsstest du dann jetzt sagen, okay, wenn, dann wollen wir ihn verpflichten. Und dann ist ja wieder die Frage, wie sieht der Wert aus? Weil jetzt für ein halbes Jahr, einen Spieler da irgendwie reinzuholen, der dann vielleicht wieder ein bisschen ins Team auch zurückfindet, ich traue Valejo schon zu, dass er das relativ schnell findet und dass er uns auch schon an der einen oder anderen Stelle weiterhelfen könnte. Ich sehe es aber eher als jetzt dann wirklich eine Verpflichtung zu machen, die wirklich eine Kaufverpflichtung dann ist. Das ist natürlich die Frage, nimmst du hier wieder ordentlich Geld in die Hand, weil 10 Millionen müssen wir bestimmt auch wieder für ihn bezahlen. Ich glaube nicht, dass er zu haben ist. Von daher glaube ich, stellt sich die Frage für uns gar nicht. Der Vertrag läuft aber nur noch bis 21. Der Vertrag läuft nur noch bis 21. Ja, aber ich glaube, dass Real momentan nicht dazu bereit ist, den abzugeben, weil die haben ja ganz viele Spieler, die irgendwie in seinem Alter sind und momentan irgendwo hin verliehen sind und da sind halt schon so ein paar kleine Rohdiamanten auch dabei und ich glaube, die haben schon einen längerfristigen Plan, auch mit jemandem wie Valejo. Na, weiß ich nicht. Ich könnte mir schon, also Leihe auflösen, ein halbes Jahr zu uns, auf Leihbasis macht in der Tat nur dann Sinn, wenn das eintritt, was Marvin gesagt hat, dass du damit rechnest, dass einer der jetzt vorhandenen Innenverteidiger zum Ende der Saison geht und du quasi jetzt schon anfangen willst, einen Ersatz da reinzuholen und dass es dann eine feste Verpflichtung irgendwie am Ende des Jahres gibt. Das wäre die einzige Prämisse, unter der das für mich Sinn machen würde, aber er bringt uns halt jetzt effektiv in der jetzigen Situation nicht wirklich was, weil wie gesagt Innenverteidigung nicht unser Problemfeld und wir haben da relativ viel Auswahl und ich habe jetzt mal geguckt, wie die Leistungsdaten auf Transfermarkt in den letzten zwei Jahren waren, da hat er auch relativ oft nicht gespielt, weil er irgendwelche Oberschenkelmuskelverletzungen hat. Da ist sehr viel Rot auf diesen Seiten, wenn man da mal durchscrollt, das schreckt einen dann halt auch ziemlich ab. Also das könnte ein Grund sein, warum Realien vielleicht loswerden will, weil da irgendwas im Argen ist. Das ist dann aber vielleicht auch kein Grund, warum er dann wirklich zu uns kommen sollte. Ja, also wir sehen doch mit allem, über was wir hier sprechen, dass eine Verpflichtung von Valero ein schönes Nice-to-have ist, die aber keinerlei finanziell großartige Auswirkungen auf uns haben sollte und gerade in den Hintergrund drückt, wenn keine Innenverteidiger abgegeben werden. Ja, so ist das ja im Winter. Wäre wieder so eine Motivations-Fan-Befriedigungsverpflichtung, um hier irgendwie ein bisschen positive Stimmung reinzubringen. Ich glaube, das bringt gar nichts. Ich glaube, jeder Eintracht-Fan checkt gerade, dass das nicht die Position ist, die du brauchst, wenn du nicht da hinten jemanden abgibst. Also ich glaube, das bringt gar nichts. Dann stellt sich jeder die Frage, Alter, was ist denn mit euch los? Also keine Ahnung. Also für mich würde das komplett in die falsche Richtung gehen. Also wenn ich, wenn Valero mag, aber das bringt mir doch nichts, wenn ich den Zehnten, wenn wir jetzt, stell dir mal vor, wir holen jetzt noch einen A-Torhüter irgendwie, keine Ahnung, und geben niemanden ab. Das ist doch die nächste Schwachsinsverpflichtung. Keine Ahnung. Stell dir mal vor, wir würden jetzt Esser holen, den ich gut finde oder auch immer noch gut finden würde, aber nur, wenn wir gleichzeitig Wiedwald abgeben und wir dann mit Esser einen super zweiten oder dritten Hüter haben. Aber Leute, auch das steht ja nicht ganz oben auf der Liste. Das sind so Dinge, da müssen wir erst mal daran gehen, was wirklich relevant ist. Und da ist nicht immer Valero relevant, weil ich hoffe, dass keiner von denen gerade hinten gehen. Das ist nämlich immer ein Risiko. Stell dir mal vor, die gehen und schlägt Valero nicht so ein, wie wir uns das alle erhoffen und dann brauchen wir aber jemanden für die Inverträgung. Ich glaube, ich würde da hinten, wenn es irgendwie geht, da gar nichts dran machen. Zumindest nicht unterjährig. Nee, genau. Und wir können jetzt ganz kurz noch mal zu dem nächsten Dauergerücht, was mich auch so ein bisschen aufregt, irgendwie mal Stellung nehmen, weil jeder redet jetzt über Rang der Ache so, als wäre der Typ irgendwie derjenige, der jetzt der Heilsbringer Number One ist, weil er mal in einem Interview gesagt hat, dass er ganz gern zur Eintracht gehen würde und aus Frankfurt kommt. Finde ich eine mega sympathische Lösung. Aber der wird den Kohl noch niemals aus dem Feuer holen. Ich verstehe dieses Tor-Wurbo gar nicht. Der Junge spielt bei Sparta-Rodder-Damm, der hat da fünf Tore in der Saison gemacht. Leute, der hat fünf Tore in der niederländischen Liga gemacht. Das klappt doch nicht tatsächlich, dass er jetzt der Goalgetter ist, der uns jetzt in der Rückrunde irgendwie jetzt sonst irgendwelche Heilsversprechungen machen kann und die er auch einhält. Das ist ein Spieler, das ist ein richtig guter, guter, interessanter Kicker, der für die U21 Deutschlands jetzt ein Spiel und ein Tor gemacht hat. Das ist schön. Und der uns allein auch gut zu Gesicht stehen könnte, weil wir jemanden aus Frankfurt zurückholen. Das ist eine schöne Wohlfühl-Story. Aber das ist doch niemand, auf den wir mehr setzen können als auf Jo Velić. Wir brauchen eine Stümmerkategorie, die mindestens eine Stufe da drüber ist. Und deswegen, also wenn es funktioniert, funktioniert es. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Aber mein Geld, was ich irgendwo habe oder als der Eintracht irgendwo finden muss, das muss ich für wirklich eine Stufe höher, bei dem ich sicher bin, dass der uns in der Rückrunde, wenn er fit ist, acht bis zehn Tore machen kann. Das brauche ich. Und da brauche ich das anders. Also der eine Stürmer darf den anderen nicht ersetzen. Das ist genau das, was du richtig sagst, Marvin. Ich finde, ja, die Gerüchte finde ich ja immer interessant. Die Eintracht hat ja anscheinend zwei Angebote gemacht, die beide angeblich zu niedrig waren und so weiter und so fort. Ist natürlich eine interessante Sache. Finde ich eigentlich gut, sich an so Spieler früh ranzusetzen und zu sagen, den wollen wir haben. Aber das ist Geld, was du auf keinen Fall irgendwo anders dann abzweigen darfst. Da bin ich voll bei dir. Du musst im Endeffekt einen Stürmer holen, der schon gezeigt hat, was er kann, der im Endeffekt im Saft ist, der auch Bundesliga kennt. Diese ganzen Verpflichtungen von außerhalb haben wir auch immer gemerkt. Ja, okay, dann macht ein Dost, keine Ahnung wie viele tausend Tore so ungefähr in der portugiesischen Liga. Es ist halt nicht eins zu eins umsetzbar, wenn du hier einfach diesen Spielstil. Und das war das, was ich vorhin nur nochmal, um da auf den Punkt zu kommen. Die Leute müssen wissen, insbesondere der Trainer muss wissen, was will ich spielen lassen? Möchte ich in der neuen Saison, in der Rückrunde, möchte ich da ordentlich Pressing spielen und so weiter. Dann muss ich auch diesen Spielertyp verpflichten. Ich muss eventuell jemanden, du sagst es, jemanden haben, der dann auch seine acht bis zwölf Tore schießt. Dann sind wir doch alle zufrieden. Dann haben wir gut investiertes Geld. Wenn du aber natürlich noch hier den jungen Spieler holst, der wirklich Potenzial anscheinend zu haben scheint, ist natürlich eine schöne Sache. Aber bitte, Leute, nicht jetzt sagen, wir haben aber doch den geholt und jetzt haben wir leider nicht mehr so viel Geld. Wir können ja hier nicht mit dem Geld um uns schmeißen. Also das ist dann scheiß. Also so kannst du nicht um die Ecke kommen. Dann ist auch jeder unzufrieden. Wenn du den aber als Perspektivspieler und sagst, Leute, wir denken doch schon an die nächste, übernächste Saison, dass wir da im Endeffekt jemanden haben, der auch sich ordentlich entwickeln kann. Dann ist doch wieder jeder zufrieden. Nur bitte kommuniziere es auch so und zeige es so und lass Taten sprechen am Ende. Investiere lieber ein paar Mal mehr. Und auch wenn, Marvin, du hast ja vorhin nochmal zurückgerudert, oh je, die Aussage, lieber heute investieren, damit wir nachher nicht mehr bezahlen. Ich gehe da voll im Moment mit dir, denn du siehst, dass der Markt ums Gehalt gefügt ist. Da muss man aufpassen. Für Transfers bin ich immer noch dabei. Also ganz klar. Sehr gut. Sehr gut. Da müssen wir einfach gucken, dass das passt. Ich glaube, dann muss aber halt zusätzlich zu ihm auf jeden Fall noch was kommen. Also ich finde auch, dass es wichtig ist, jetzt zu sagen, dass aus ihm nicht der zweite Cheng Tosun gemacht wird, weil wenn wir ihn jetzt nicht kriegen und auch nicht nachlegen, dann kommt auch ganz schnell so ein Ah, siehste mal, hätten wir damals mal den Ache, ach guck mal hier, der ist jetzt zu Tralala gewechselt und hat da fünf Tore geschossen. Siehste, hätten wir den mal geholt. Also so ein Szenario müssen wir auf jeden Fall vermeiden und deswegen muss jetzt aber klar gemacht werden, wir holen jetzt Leute, die uns jetzt helfen und Ache ist eine coole Sache. Jemanden hier aus der Region auch hier irgendwie zu geil reimt sich. Ja genau, Ache ist eine coole Sache. Schon den Folgentitel heute. Ja, schon notiert. Faden verloren, ja, wäre gut ihn zu holen, aber auch nicht auf Biegen und Brechen und wie gesagt auch nicht mit leeren Worten wie, naja, der soll noch aufgebaut werden. Wenn wir nichts Adäquates neben ihm holen, dann werden die Erwartungen auf ihn projiziert, egal wie viel gelabert du da beipackst mit Perspektivspieler, bla bla bla. Ja, das wollte ich gerade eben auch, da wollte ich auch gerade eben kurz einsetzen, als Dennis gesagt hat von wegen, wenn er als Perspektivspieler verpflichtet, dann sind wir alle zufrieden. In der Tat nur dann, wenn wirklich da noch was kommt, was uns direkt weiterhilft, weil wir haben in Jovelic mit der gleichen Aussage auch jetzt schon auf der Bank sitzen, dann kannst du noch einen dritten nebendran sitzen, dann können sie zusammen da Romy auf der Bank spielen, aber dann haben wir halt auch in der Liga am Ende nichts gewonnen. Ja, aber nach dem schreit ja auch schon jeder, also wenn du einfach nur sagst, du bist ein Perspektivspieler und du hast aber sonst nichts zu bieten, dann will jeder, dass dieser Perspektivspieler heute schon seine Perspektive zeigt. Genau. Und dann darf man einzig vernachlässigen, ganz kurz noch, es gibt einen ganz kleinen Unterschied zwischen Jovelic und Ache. Die Sache ist bei Ache, dass er deutscher U21-Nationalspieler ist. Nicht vergessen. Das ist nochmal ein Unterschied in der Wertigkeit. Das ist nochmal ein Unterschied darin, wie er dann später auch auftreten kann, wie er auch angesehen wird, eine Vermarktbarkeit. Darüber muss man alles nachdenken. Das heißt, es wäre durchaus smart, wenn die Eintracht das jetzt schon tut oder vielleicht sagt, sie kaufen ihn jetzt, lassen ihn aber noch bei Rotterdam und er kommt dann im Sommer. Das könnte für uns eigentlich auch gewinnbringend sein. Wer weiß, ob er in der Rückrunde überhaupt die Möglichkeit bekommt, so viel Einsatzzeit zu bekommen, wenn wir schon Jovelic haben, der ja immerhin schon mal eine Vorbereitung mitgemacht hat. Darüber muss man nachdenken, dass wir dann unseren Fingern draufhalten auf Ache. Das wäre sehr, sehr gut, aber er ist nicht die Nummer, die wir brauchen und da muss halt anders gesucht werden und dann, keine Ahnung, da kennen sich wahrscheinlich Ben Manga und Bobic wesentlich, wesentlich besser aus, wer in diesem großen Stürmerkosmos verfügbar ist oder wer zu uns kommen könnte und da hoffe ich aber auf kreative und von mir aus halt auch mal kostspielige Lösungen, die uns aber halt weiterbringen. Da muss ich halt wirklich auch ins Invest gehen und da bin ich, ja, was Dennis sagt. Und das halt jetzt auch schnell, weil Ende der Woche, startet die Reise in Richtung USA zum Wintertrainingslager, die, wie wir ja auch schon festgestellt haben, unter den aktuellen Gesichtspunkten nicht die optimalste Vorbereitungsreise jetzt in der Winterpause ist, aber es ist jetzt halt so, aber da muss eigentlich, wenn nicht am zweiten direkt, aber spätestens am dritten, müsste eigentlich die erste Verstärkung in den Flieger steigen und da hinterher fliegen. Ja, genau. Unbedingt, weil ja auch die Verantwortlichen hoffentlich alle gesehen haben, was wir die letzten Wochen gesehen haben, nach dem Bayern-Spiel, dass einfach nichts mehr ging, dass das System nicht mehr funktioniert hat. Normalerweise müsste da spätestens dann angefangen worden sein, den Markt so zu sondieren, auch vom Trainer, dass er vorgibt, welche Spielertypen hätte er denn gerne. Ich hoffe, dass das soweit ist und dass tatsächlich nur noch so Endgespräche jetzt geführt werden müssen. Alles andere würde eher für die Eintracht der früheren Jahre sprechen. Ich habe schon viel Vertrauen, dass da viel, viel, viel Vorarbeit geleistet wurde. Die Frage ist natürlich immer am Ende, die anderen sehen natürlich auch, die einen Spieler abgeben, die Eintracht muss jetzt reagieren. Die Preise werden, die Preisverhandlungen werden sicherlich nicht einfacher, aber, und da Marvin, da bin ich, das war mit das Wichtigste, was du auch vorhin schon gesagt hattest, die Spieler, die im Endeffekt dann nächstes Jahr in der Euro-Meisterschaft mitspielen wollen, die müssen dann auch den Druck von sich aus mit aufbauen, müssen sagen, ich will spielen, ich will zur Eintracht, da kriege ich Spielzeit und dann geht da vielleicht auch der ein oder andere Wechsel durch, denn wir haben ja gesehen, Beispiel Hinteregger, wenn die Spieler nicht mehr so Lust haben, in den Vereinen zu spielen, am Ende funktioniert es dann doch irgendwie, weil ob du dann jemanden mit null Bock da hast oder lieber ein paar Euro in der Kasse, das ist doch im Endeffekt eine Sache, die vielleicht dann für uns spricht. Der Frank hat uns gerade geschrieben, dass die DPA meldet, dass der Transfer von Ache von Sparta Rotterdam zur Eintracht perfekt ist und dass er die Rückrunde noch bei Rotterdam bleibt, so wie Marvin Kram auch verzeiht hat. Genau. Manchmal ist es der Vorteil, wenn wir jetzt hier gerade live gehen und dann aber auch jemanden haben, ein paar Leute, die zuhören und dann Infos geben, das ist doch super, vielen Dank. Vielen Dank, starke Info. Ja, aber es ist ja, das ist doch, wie wir gerade so gesagt haben, das könnte doch halt auch einfach passen. Lass sie noch da, dann eine Saison und dann eine Rückrunde beziehungsweise zur neuen Hinrunde, zur Sommerpause kann er sich einfügen und dann kann es eine Option werden. Also ich glaube, da hat die Eintracht was Schlaues gemacht, muss man auch mal sagen, Chapeau. So ist es richtig, glaube ich. Marvin, gibt es noch andere Stürmer, die du herbei orakeln möchtest? Nee, ich glaube ganz ehrlich, der Dennis hat es ja eben ganz gut gesagt und es ist wirklich schwierig, gerade wenn wir uns überlegen, wer jetzt zur Eintracht, also ohne jetzt komplett nur zu orakeln, verstärken könnte, wer da kommen könnte, weil es wird nicht billig, ganz klar. Ich habe da momentan kaum einen auf dem Zettel, ich würde mir Mario Götze wünschen. Also was sind das denn, auch da wieder, was sind das denn für scheiß Berlin-Gerüchte? Was bei denen alles errüstet wird? Julian Draxler, Mario Götze, Granit Xhaka, was sind denn da für Namen bei dem unattraktivsten Verein nach Augsburg und Red Bull und so? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, aber du merkst halt hier, dass das Geld halt mittlerweile auch wieder in Berlin sitzt, die dann richtig versuchen, jetzt was rauszubuttern. Natürlich haben sie jetzt mit Klinsmann und seiner Gefolgschaft von mindestens acht Leuten oder so, natürlich jetzt die Stellschrauben so angedreht, dass man jetzt sagen kann, okay, jetzt ist es wieder der pseudo erfolgreiche Verein, mal gucken, ob es die Erde dann wirklich wird, aber das Bittere ist natürlich, dass die jetzt schon wieder ein bisschen Geld am Start haben und jetzt irgendwie ganz oben anpeilen. Ich finde es gerade Xhaka, den du vorhin auch schon angesprochen hast, extrem irritierend, weil das wirklich ein Spieler ist, der normalerweise nicht in deren Regal ist, sondern weit drüber. Die Eintracht muss aber ganz ehrlich, ich finde das überhaupt, also ich meine, auch wenn wir über Götze sprechen, dann denken wir, okay, komm, der ist Weltmeister geworden und der hat dann so wichtige Tore gemacht. Ja, aber vielleicht kann man trotzdem darüber nachdenken, weil bei Dortmund wird er vielleicht gar nicht mehr so viele Spiele machen und bei uns könnte das System durchaus passen. Wir müssen uns auch von diesem Gedanken lösen, dass wir immer wieder dieser Verein sind, der auch, jetzt spielt wieder die Eintracht, na gut, jetzt haben wir wieder die Eintracht, das ist so wieder unser Verein, der so auf Platz 12 landet. Nee, nein, die letzten paar Jahre haben gezeigt, dass wir erfolgreich sein können, sowohl auf nationaler Ebene, zweimal im Finale gewesen, einmal den Pokal geholt, Halbfinale Euroleague, wir können dieses Anspruchsdenken, als Verein kann der das solch mal haben, dass wir natürlich moderat sind und als Fans sagen, oh ja gut, wenn es mal nicht so läuft, dann unterstützen wir weiter, das ist richtig, aber trotzdem kann der Verein ruhig die Haltung haben und dort mal anklopfen, mir geht es um diese Haltung als Verein, mir geht es darum zu sagen, nee, weißt du was, du spielst doch da selten, wir können dir die Möglichkeit bieten, dich einzubinden, ein relativ funktionierendes Korsett, gerade wenn es darum geht, dass die mannschaftliche Geschlossenheit immer noch da ist und mit dir können wir zusammen jetzt auf jeden Fall noch ein paar spaßige Nächte in Europa haben, wer weiß, wie es ein DFB-Pokal ist, du kannst der Unterschiedsspieler sein für dieses Halbjahr und dann schauen wir weiter. Ich glaube, dass das wirklich eine Motivation sein kann, die Eintracht muss es nur offensiv angehen und dann hast du auch die Möglichkeit, weil gerade Götze ist mit Sicherheit nicht so zufrieden und da könnte ein Spieler sein, der der Eintracht auf verschiedenen Ebenen hilft. Also das ist für mich so das Ding, ne? Gerade durch die letzte Saison könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der ein oder andere Spieler Bock auf die Eintracht hat. Weil, ich sag mal, Hinteregger ist halt einfach ein Paradebeispiel, wie es laufen kann, wenn man zu einem Verein kommt, bei dem man gut aufgenommen wird und der Bock auf einen hat und auf den man selbst auch Bock hat. Ja, definitiv. Ich glaube es auch. Du musst nur dieses Feuer wieder entzünden. Ich glaube, dann kann es echt funktionieren. Wichtig ist halt, dass man halt auch kreativ guckt. Ganz ehrlich, wir reden hier über die Offensichtlichkeiten, über die Offensichtlichkeiten, wie Götze, von denen wir wissen, das ist ein Spieler, der kann funktionieren. Ich will aber eigentlich auch, dass die Eintracht, und das glaube ich auch, ganz andere Blickwinkel hat. Ganz andere Blickwinkel, die mir nicht bekannt sind. Aber wo dann irgendjemand in Südamerika viele Tore geschossen hat, wo du weißt, dass der einfach funktioniert. Also ich meine, es gibt Torjäger, die haben einfach diesen Riecher, der funktioniert schon in jeder Liga. wie gesagt, da glaube ich, da glaube ich, dass ein Ben Manga immer noch gute Sachen in der Kiste hat, die er mal auspacken kann. Aber da muss die Kommunikation stimmen und das muss passen. Und dann könnte das für uns aber relativ zeitnah auch von Gewinn sein. Müssen wir gucken. Aber da wissen die mehr als ich. Hoffe ich doch zumindest, dass die da wissen. Ja, dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Jetzt fangen die interessanten, interessanten Wochen dann einfach für diese Winterpause an, die ja jetzt auch nicht so lang ist. Wir haben ja, wie wir vorhin ja schon festgestellt haben, relativ früh, dann auch schon gleich harte Gegner am 18. dann direkt in Hoffenheim. Also von daher sind das jetzt nochmal zwei Wochen und dann geht's auch schon wieder los. Gab's denn auch Highlights für euch in der Hinrunde, wenn das jetzt alles schon irgendwie am Ende nicht so schön war? Gut, ich kann gleich weitermachen. Also für mich war das Highlight tatsächlich Leverkusen. Also ich fand, das Spiel gegen Leverkusen hat gezeigt, was die Eintracht immer noch in den Fähigkeiten in sich hat. Also ich glaube schon, dass du, wenn du richtig gut rangehst und das war ja auch das Spiel, wo wir es überhaupt nicht vermissen haben lassen, da sind wir wieder aggressiv rangegangen. Da haben wir, vielleicht war das auch eine Motivationssache, mehr Bock gehabt, diese Leverkusen, die da zu der Zeit ja auch ganz gut gestartet sind, wirklich anders zu bespielen. Das hat mir richtig gut gefallen. Das war nochmal anders als Bayern. Ja klar, Bayern 5-1, natürlich ein tolles Erlebnis, aber zu 10 und vielleicht hat dann irgendwie auch die Mannschaft auch nicht so richtig Bock mehr auf Kovac gehabt und so weiter und so fort. Aber gegen Leverkusen, da kannst du nichts sagen. Das war ein herausragendes Spiel einfach und daran muss man wieder ansetzen, die Eintracht kann es. Und dann, das zweite Highlight, für mich, das habe ich ja schon öfter gesagt, Straßburg, Europa Cup, Rückspiel, wichtige Quali-Runde. Das war ein Spiel, was ich nie vergessen werde, weil da halt von der Emotionalität auch alles gestimmt. Sehr gut, Marvin. Also ich hake gerade auch nochmal mit kurz ein. Also klar, Leverkusen, dann Bayern, war ja absoluter Wahnsinn, dass ich auch leider nicht im Stadion sein konnte, aber es am Strand und das Handy geguckt habe. Das war dann im Endeffekt natürlich auch mal ein ganz besonderes Spiel. Mein Highlight war aber tatsächlich auch, zumindest auch von den Emotionen her, das Spiel gegen Arsenal, die zwei Tore von Kamada. War einfach geil, dass wir es hinbekommen haben, dann diese 1-0, den 1-0 Rückstand dann doch noch so zu drehen und uns wieder in eine Situation zu bringen. Für mich war die Saison dann, im Endeffekt die Euroleague-Saison schon beendet. Da habe ich schon gedacht, verdammt, jetzt hat natürlich Aubameyang mal wieder genetzt, und schießt uns hier aus dem Wettbewerb jetzt endgültig eigentlich raus. Die Chancen standen ja dann wirklich eher schlecht als recht und das dann Kamada und das wünsche ich mir und da sind wir wieder bei dem Punkt, du sagst, diese Bissigkeit und die Emotionalität wünschst du dir, die wünsche ich mir auch. Ich wünsche mir aber auch, dass jemand wie Kamada oder auch jemand wie Sow einfach auch mal aus der zweiten Reihe diese Tore macht und das war für mich ein Highlight. Ich weiß gar nicht vom Datum her, wann es genau war, aber eben das Spiel, Rückspiel, gegen Arsenal, 1 zu 2 wäre damals gewesen. Also eine geile Sache und ja, dementsprechend, ich war so mit, mein Highlight, weil es einfach für mich eine Situation war, dass ich eigentlich schon abgeschenkt hatte, da noch was zu holen und dann gewinnst du noch 2 zu 1, natürlich eine schöne Sache. Alex? Bei mir waren es auch die genannten, bei mir waren es eigentlich beide, sowohl Bayer als auch Bayern, weil das waren beides für mich Spiele, so, wo du im Stadion stehst und dir einfach die Augen greibst, wo du irgendwie so da stehst und dir denkst, what, ist das die Eintracht, die ich hier gerade sehe? Und das war in beiden Fällen einfach so. Bei Bayer war es so, dass ich nach 10 Minuten oder nach 20 Minuten mir dachte, Alter, heute geht einfach alles und bei Bayern war es nicht so die Dominanz, weil die eigentlich gar nicht so da war, sondern war nachher einfach die Anzahl der Tore und bei Bayern war es halt so, dass wir von der ersten Minute an das Spiel so im Griff hatten, dass ich mir dachte, alles klar, eigentlich kann ich jetzt in Ruhe Bier trinken gehen, hier passiert heute gar nichts. Also gar nichts Negatives in unsere Richtung. Für mich war es in der Tat auch, dass Leverkusen spielen, wie bei euch auch und das spiegelt sich auch sehr stark bei unseren Hörungen Hörerinnen und Hörern wieder, die ich ja auch gefragt habe und da war auch ganz oft die Nennung Leverkusen und vor allen Dingen auch die Leistung von Renault gegen Leverkusen. Ich glaube, das hängt bei mir zumindest auch noch ein Stück weit damit zusammen, eben wie das Spiel gegen Leverkusen in der zweiten Hälfte der letzten Saison gelaufen ist. Ja, aber da am Ende, du hast gemerkt, so ein grausiges Spiel wie in der letzten Saison wollten wir nicht nochmal aufzeigen und dann halt genau, das ist ja für uns dann auch eine geile Sache gewesen. Du hast dann dieses dramatische Spiel gedacht, was natürlich vielen auch noch irgendwie schwer Magen lag und dann siehst du eine komplett verwandelte Eintracht, die einfach Leverkusen komplett entzaubern kann. Das ist schon diese Qualität und das muss man sich immer wieder vor Augen halten und gleichzeitig sagen, ich glaube, da kann der Eintracht wieder hinkommen, aber es muss halt alles passen. Da muss halt auch die Vorbereitung passen und ehrlich gesagt, mich ärgert es tatsächlich, auch wenn ich weiß, der Basti liegt mir jetzt schon am Ohr, auch wenn er nicht hier ist, der sagt, naja, mit dem USA-Trip, das ist gar nicht so schlimm. Nee, Leute, das ist schon scheiße, ey. Das ist schon scheiße. Ja. Da wäre ich auch eher Team Marvin als Team Basti. Also, da würde ich mir in der Tat wünschen, wir hätten was vor Ort gehabt oder relativ dicht dran, ohne jetzt irgendwie ... Ja, da wärst du halt nach Malocca oder so. Nein, aber gut, aber hier ganz ehrlich, vor der Ventura, da hast du jetzt immer noch 22 Grad Läuft oder der DAX? Irgendwas? Nein, keine Ahnung, aber es gibt doch irgendwas. Du musst dir nicht so weit fahren, ich weiß, das ist ja alles Promotrips und ich kann das nachvollziehen und die Eintracht als Marke zu etablieren, das ist auch ein wichtiges Ziel und das ist alles okay. Das Problem ist ja nur, dass du so wenig Zeit hast. Würden wir jetzt über den 31.1. als erster Starttermin so roundabout für die Rückrunde sprechen, dann lasse ich mir das doch gefallen. Aber das Problem ist, die sind ganz kurz da und dann jetlaggen sie wieder zurück und dann sind sie wieder hier und müssen Fußball spielen. Das ist halt einfach schwierig. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange sind die da unterwegs? Irgendwie knapp 10 Tage oder irgendwie sowas? Also nicht viel länger. Also hast du irgendwie einen kompletten Tag für die Anreise, einen kompletten Tag für die Abreise. Ich meine, die reisen jetzt nicht wie unser 1 irgendwie Holzklasse, sondern Das wollte ich gerade sagen. Also die sitzen hinten nicht mit 35 Zentimetern Beinfreiheit. Die haben schön erste Klasse hinlegen, gute Verpflegung. Die sind auch die ganze Zeit durchgetaktet da. Also ich glaube, du hast so ein Jetlag-Gefühl. Das merkst du eher, wie wenn wir rüberfliegen zum Arbeiten und morgens um 8 Uhr dann in irgendeinem Büro auftauchen müssen und konzentriert am Schreibtisch sitzen. Aber die kommen ja da an. Da ist alles durchgetaktet. Wann es Essen gibt, dann gibt es eine Besprechung, dann gibt es einen Spaziergang, dann gibt es ein bisschen Trainieren, dann gibt es Schlafen. Ich glaube nicht, dass bei denen so das krasse Jetlag-Gefühl aufkommt. Vielleicht rede ich mir das auch schön. Also ich bin immer, wenn ich für meinen früheren Arbeitgeber nach Amerika fliegen musste, weil ich mir komplett im Arsch, wenn ich zurückkam. Aber es ist halt auch was anderes, ob du am Schreibtisch sitzt und konzentriert irgendwas arbeiten musst oder Fototermin, ein bisschen Fußball spielen. Also Jetlag wäre jetzt auch nicht so das, was mich jetzt an der Stelle stören würde, sondern eher der Punkt, dass wir zwei Tage plus eben diese ganzen Pressetermine für wirklich inhaltliche taktische Vorbereitung verlieren, weil gut, Konditionen kannst du ja sowieso nicht bolzen in der Zeit. Ja, aber zumindestens mal eben dieses Eingespieltheit, dieses, okay, wie wollen wir jetzt taktisch vorgehen, um eben in der Rückrunde besser zu werden, das fehlt mir da so ein bisschen. Da sehe ich halt eher dann diese ganzen Pressetermine, wo ich mich halt frage, ob uns das jetzt an der Stelle halt wirklich hilft. Du meinst Automatismen einzuüben und sowas, ja. Das ist natürlich für sowas das ist ein bisschen blöd. Das wird eine Prozentzahl ausmachen, die am Ende des Tages fehlt. Aber, also das sollte nicht die Erklärung für eine schlechte Rückrunde werden. Nee, da gebe ich dir ja auch wieder recht. Lass das 15, 15, 20 Prozent ausmachen, die uns fehlen, aber dann müssen die 80 Prozent halt einfach lang. Und vielleicht finden die Spieler es auch einfach geil. Also es ist halt auch geiler, irgendwie nach Miami zu fliegen, als hier Fuerteventura. Ja, das war auch der Punkt, wo ich auch gerade eben überlegt habe, ob das vielleicht dann nicht auf der anderen Seite auch wiederum ein Vorteil sein kann, dass du halt eben mal Momente hast, wo du mit den Leuten einfach zusammen bist, du ein bisschen Teambuilding machen kannst und wo du halt nicht über, was ist in der Hinderrunde schlecht gelaufen ist, sondern irgendwas machen kannst, wo du halt auch einfach mal Spaß bei hast. Und ich glaube, die haben auch keinen Bock zum hundertsten Mal Raften zu gehen. Ja. Ja, kann auch sein. Kann auch sein. Ich mag den Punkt von dir, den habe ich gar nicht bedacht, gerade mit den bequemen Sitzen und gerade vielleicht, wenn die ja so eingebunden sind, merken die das gar nicht mit dem Jetlag. Das kann alles sein. Du bist ja auch die Reiseexpertin hier, du bist viel öfter geflogen, ohne jetzt Flugscharmen zu betreiben, als wahrscheinlich viele andere beruflich. Ja, erst da ruhig über meinen ökologischen Fußabdruck. Nee, nee, also wir sind ja jetzt nicht, wir sind ja nicht Umwelt24 oder so, also das ist jetzt gerade nicht das Thema. Insofern, ja, aber kann schon sein. Wir werden es sehen, aber du hast vollkommen recht, auch gerade mit dem Punkt, den du angesprochen hast, das allein kann ja nicht das alleinige Argument für eine Fehlleistung in der Rückrunde sein. Da spielen viele Faktoren mit rein, die werden das schon steuern können. Ja, das denke ich auch. Müssen wir noch irgendwas besprechen für die Hinrunde oder für die Winterpause? Hier hat gerade jemand reingesleckt, das Waldschmidt, doch bitte zurückkommen soll. Ja, wenn die Person die 15 bis 20 Millionen hat, dann können sie das gerne tun, ansonsten wird es echt schwierig. Ja, Waldschmidt ist auch echt eine krasse Nummer tatsächlich, ne? Also ich meine, ich habe eigentlich gedacht, dass der mal ins Ausland wechselt. Das wundert mich fast, dass das noch nicht passiert ist. Aber gut, naja, Luca Waldschmidt hat sich wirklich gut entwickelt. Ja, sehe ich jetzt aber in der Tat nicht als... Nein, der ist jetzt auch gerade hat eine Knieverletzung, keine Ahnung, muss jetzt auch erst mal sehen, dass er wieder auf den Dampfer kommt. Das wird für die Eintracht nicht mehr machbar sein. Ich glaube auch ganz ehrlich, das ist auch in Ordnung so. Es gibt Transfers, es gibt Rückholaktionen, an die du nicht denken solltest. Genauso, wer weiß, wie gut es mit Boateng funktioniert hätte. Ich mochte, ich mochte diese Idee, Ballotelli, Boateng, das habe ich nachvollziehen können. Aber inwieweit es uns sportlich zumindest mit Boateng geholfen hätte, wissen wir auch nicht genau. Das ist schon alles okay so. Wichtig ist, dass die Eintracht jetzt auf neue Lösungen kommt und gerne auch mal außerhalb unseres typischen Bundesliga-Blickfelds guckt. Wir könnten meins abgraben. Aber dann auch nicht, wie Alex das vorhin angebracht hat, dass man eben versucht, einen Spieler zu verpflichten, es aus welchen Gründen auch nicht klappt und dann irgendwie ein Jahr später sagt, hätten wir mal. Weil im Nachhinein das zu sagen, ist halt immer einfacher. Aber wenn halt einfach die Konditionen zu dem Zeitpunkt, als man es versucht hat, nicht gepasst hat, dann wird das halt auch seine Gründe haben und dann muss man dem auch nicht ewig nachtrauern. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Haken dran an diese Winterpause oder an diese Hinrunde und gucken mal, was die Winterpause bringt. So rum macht das irgendwie mehr Sinn. Wir machen jetzt ein kleines Päuschen, weil notwendig auch für uns. Wir müssen mal ein bisschen gucken, was jetzt an Verpflichtungen in der Winterpause kommt, wie schnell wir dann da wieder ins Senden geraten. Aber wir werden uns auf jeden Fall vor dem ersten Rückrundenspieltag wieder melden oder eben dann, wenn die krassen Verpflichtungen kommen oder irgendwelche spannenden Dinge. Die ja alle noch in der nächsten Woche kommen, bevor wir nach Amerika kommen. Ja, richtig. Also eigentlich hören wir uns nächste Woche. Eigentlich hören wir uns dann am Freitag schon wieder. Genau, mit drei Top-Verpflichtungen. Ja, mindestens. Mindestens. Vielleicht leihen wir auch Ibra kurzfristig zusammen mit Rebic aus, wer weiß. Ich möchte mich an der Stelle nochmal bedanken bei all den Menschen, die uns in diesem Jahr unterstützt haben. Ich habe hier eine lange Liste, da stehen knapp 200 Namen drauf von Menschen, die uns in diesem Jahr unterstützt haben, finanziell. Ich habe überlegt, ob ich sie vorlese, aber ich glaube, dann sind wir hier noch lange beschäftigt. Ich schreibe all eure Namen einfach in diesen Beitrag und sage jetzt einfach mal in Summe vielen, vielen Dank, dass ihr uns in diesem Jahr hier so stark supportet habt. Ich hatte mal irgendwann am, ich weiß nicht mehr, ich glaube Anfang des Jahres war es gesagt, dass ich gerne hätte, dass wir irgendwie so ein Prozent unserer Hörerschaft haben, die uns hier regelmäßig unterstützt. Das haben wir in dem Jahr geschafft. Nächstes Ziel für das nächste Jahr sind dann für mich die zwei Prozent. Wir haben es in dem Jahr zum zweiten Mal geschafft, uns auch tatsächlich aus diesen Spenden, die uns hier zugutekommen, mal für uns was rauszunehmen. Das haben wir in den letzten zehn Jahren bislang nicht getan. Wir haben letztes Jahr ein bisschen mit angefangen und in diesem Jahr das fortführen können. Das finde ich ganz, ganz großartig und ich hoffe, dass wir euch in diesem Jahr mit all der Zeit, die wir hier in Mikrofone gesprochen haben, so ein bisschen Spaß und Freude bereitet haben und vielleicht auch so ein bisschen, kann man Schmerzen lindern sagen bei der Eintracht? Ich glaube schon, oder? Von daher vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass das im nächsten Jahr so weitergeht. Das wäre mein Wunsch für 2020. Super. Dem schließe ich mich an. Zwei Prozent ist ein super Ziel. Das ist fast mehr, als die FDP bald wieder haben wird, wenn sie so weitermachen. Insofern, Grüße an dieser Stelle. Habe ich heute noch in den Nachrichten gehört, die keine Spende erhalten haben. Ja, glaube ich nicht. Gut, dann machen wir den Sack zu. Wie gesagt, ich packe all die Namen in den Beitrag und sage ganz artig Danke und dann melden wir uns im neuen Jahr in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin. Macht's gut. BUNCHM 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.